also sinan g hat ein neues highlight rausgehauen in dem er wohl mit einigen vorwürfen aufräumt die gegen ihn seit geraumer zeit im raum stehen und mit denen wir uns hier auch oft genug beschäftigt haben deswegen denke ich dass dieses video auch für uns interessant sein könnte ich würde sagen steppen wir mal direkt rein ich werde auch nicht von anfang abspielen sondern direkt ab dem teil reinschalten ab dem es interessant wird es geht hier grundsätzlich um so einen kampf der wohl irgendwie im raum steht oder stand zwischen sinan und einem boxer namens amadu den haben wir gesehen bei dem kampf gegen senat gashi den der boxer gewonnen hat und jetzt stand wohl auch irgendwie zum einen irgendwie ein streit zwischen dem amadu und senat gashi im raum und ein anberaumter kampf zwischen amadu und sinan g dazu hat dieser amadu einen stream gemacht auf den sinan reagiert hat für uns interessant wird erst ab dem teil wo der amadu über sinan redet da schalten wir rein ich glaube der amadu ist der bruder von nur 51 von der bantu nation ok schalten wir mal rene ich würde sagen wir reagieren mal auf das amadu video für die leute die es noch nicht ganz gecheckt haben so was abgeht amadu ist der profi boxer der gegen senat gashi gewonnen hat und das ist natürlich erstmal auch eine krasse leistung senat gashi ist natürlich kein lappen ist ein sehr sehr guter und hervorragender boxer lange jahre dabei kennt sich super aus dann fing amadu an plötzlich obwohl ich ihnen sehr viel liebe und respekt gegeben habe wird da plötzlich so ein bisschen ansagetechnisch gegen mich geschossen weil senat halt in meinem stream ein zwei falsche aussagen über amadu getätigt hat okay so da ging es darum dass zum beispiel amadu angeblich profikämpfe nicht ins internet eingeht oder rausholen lassen bei boxwerk rausgeholt hat genau er hat das da rausgeholt so das war die aussage von senat und ich saß daneben und hat mir das natürlich angehört ich habe mir halt auch nichts dabei gedacht ich hätte ja auch jetzt nicht damit gedacht nicht damit gerechnet dass das eine falsche aussage ist weil ich frage ja nicht irgendwo er weiß hätte ich vielleicht machen sollen klar aber in dem moment denkt man nicht an sowas ja und das hat natürlich amadu sehr stark getriggert was ich auch nachvollziehen kann weil das ist natürlich für den boxer und auch für sein werdegang und für die zukunft ist das natürlich kein so ein schönes ding einfach ja und ich habe dann im nachhinein noch gesagt wenn senat gashi falsch lag muss er sich dafür gerade machen sondern das habe ich auch gesagt trotzdem wurde da irgendwie gegen mich ich bin ehrlich ich dachte ganz kurz kapital bra sitz hinten schossen natürlich bin ich bin ja nicht blöd man will ja auch mein kopf natürlich reichweite generieren und fame werden das ist ja ist ja ist er ja nicht der erste der das machen möchte ich diente ja für viele leute als sprungbrett dass sie werden ob das jetzt leute sind die gegen mich schießen oder leute die von mir profitiert haben als bruder und dann bis sie dann irgendwann mal das hatten was sie wollen und dann so natürlich dann gedacht haben das haben sie alle selber erreicht gibt ja alles genau bevor ich den faden verliebe amad ist heute nicht da ich wollte amad auch in diese fitner nicht einbeziehen weil amad auch mit uns und mit denen auch sehr cool ist und es bringt halt nicht wenn amad ihr einfach so sitzt und so zuhört und zwischen den zwei stühlen steht amad ist ein stabiler bruder und gegen amad kann man nicht sagen und ich und werde amad auch nicht unnötig in irgendeiner situation reinstecken die in die er nicht reingehört sondern dass jeder bescheid wisst so auf jeden fall wurden dann ansagen gegen mich gemacht und ich wurde dann quasi auch ins schussfeld genommen unter anderem wegen senat gashi ich habe von anfang an auch gesagt dass ich natürlich jetzt nicht so objektiv bin weil ich halt mit senat cool bin und ist klar dass ich halt dann im ersten moment team senat bin aber trotzdem habe ich den jungen auch viel liebe gegeben und habe ihnen ja auch nichts schlechtes gewünscht oder sonst irgendwas aber das hat man natürlich gegen mich genutzt und dann wurde halt mir vorgeworfen ja aber du hast den eine plattform gegeben und dafür muss er sich gerade machen so und am ende des tages hat senat gashi das auch dann gesagt und auch zugeben okay dass er falsch lag er hat das dann auch nur von eine dritte partei gehört und da hätte er natürlich definitiv sich besser erkundigen müssen das war ein fehler von senat dafür senat gashi sich auch gerade gemacht und sich auch entschuldigt was ja auch korrekt ist so und ich kann das natürlich nicht ungeschehen machen ich wüsste jetzt nicht wie ich mich dafür gerade machen soll ich weil ich damit eh nichts zu tun habe ich bin nicht senat aber ich werde demnächst wenn jemand vielleicht so etwas in dieser art und weise sagt werde ich vielleicht kritischer sein oder sagen woher weißt du das ist das sicher ist das safe wissen ich habe mich natürlich auf die professionalität von senat gashi als profiboxer mich verlassen wenn er etwas boxen redet höre ich halt gerne zu weil senat ist nun mal ein krasser boxer aufgrund dessen ganzen bla 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 hat sich meiner meinung nach amadu sehr unsympathisch gemacht so er war natürlich am anfang sehr sympathisch und auch sehr wo ich gesagt habe ein muslimischer bruder sehr gottesfürchtig bla und blub und das im zuge dessen alles aber mit senat gashi und also damit ihr versteht ich lasse das gerade laufen damit man den kontext versteht damit man checkt warum hier überhaupt diese reaction passiert so wie ich das verstanden habe ist dieses neue statement von ziehen quasi durch eine reaction entstanden auf diesen stream von diesem armado ich dachte mir halt ich lasse es laufen damit diejenigen von euch das checken die da nicht zugeschaut haben ließen gegen mich und so finde ich herzlich ein bisschen unsympathisch gemacht auch diese videos mit dem geld und dann so sprüche über mich machen und er will mir die fresse einschlagen und das ist nicht sportlich und ich finde damit hat er sich ein bisschen unsympathisch gemacht und jetzt plötzlich kommt ein video raus wo er gegen mich schießt und auch gegen senat schießt ja und natürlich mit diesem video finde ich ich habe es noch nicht gesehen aber ich habe natürlich paar nachrichten gekriegt finde ich hat er versucht auch sich selber wieder rein zu waschen indem er mich in diese schublade wieder steckt und damit er dann wieder viel zuspruch ich ja mann du bist der beste und ja sinan ist ja so und sinan ist ja so und blau und blub das ist so eine gute strategie um einfach pluspunkte zu kriegen bei den menschen die mich hassen das heißt mit dem hass der menschen zu spielen das als schachfigur zu nutzen muss natürlich jeder selber wissen ist natürlich jetzt nicht unklug aber ist halt unfair weil es ist halt einfach dann mich schlecht darstellen zu dastehen zu lassen da ja viele menschen ein vorurteil gegen mich haben oder falsch denken einfach aufgrund falscher tatsachen so und jetzt gehen wir zum video ich küsse jetzt so ich habe es viel gelabert armen kohls die kerne marmer so gucken wir rein so jetzt spielen wir vor weil hier reden die also das ist der amadu der hat gegen senat gashi gewonnen und er ist der bruder von ihm hier das ist nur 51 von band to nation glaube ich wenn ich mich nicht irre und es sind irgendwelche kumpels von denen und die reden hier am anfang teil hauptsächlich über senat gashi und das ist für uns uninteressant wir gehen zu dem teil wo es um sinan geht ja das was thema sinan die hallo und zu china muss auch was sagen sie dann weiß dass wir dass wir noch sehr korrekt gerät haben auch wenn er so sachen sagt ich habe ich bin der sohn von meinem vater und keine ahnung von wem sollst du sonst sein du musst von deinem vater der sohn sein das ja das ja aber erster sohn von seinem vater ist auch nur logisch ja es geht ja bei dem satz geht es ja nicht um logik es geht um das was dahinter steckt warum sagt man ich bin der sohn von meinem vater ja nicht damit heißt dass unsere unsere väter sind richtige männer so und wir sind genau wie unsere väter richtige männer so wir sind keine söhne von fremden ja wir sind die söhne von unserer väter das hat eine tiefgründige bedeutung offenbar und da wo wir herkommen so ist ein bisschen anders nein das ist logisch ist ja klar aber zu ziehen an das ist auch eine sache wir haben noch sehr sehr human geredet weil wir eigentlich damals hatte ich ein person jesus bist du auch sohn von deinem vater ich bin sohn von meiner mutter mein vater ist mein vater aber von meiner mutter bin ich der sohn problem mit dem ganz früher dann haben wir einmal uns getroffen bei einer box veranstaltung geredet und vorher war eigentlich schon also klima war runtergefahren aus der welt geschaffen und so ich habe ich persönlich das ist das was ich euch letztes mal gesagt habe für die leute die hier meinen ich hätte angst irgendwie vor nur oder sonst irgendwas was natürlich blödsinn ist das hat mit angst hier nicht zu tun schafft von niemandem angst ja aber ich schon nur haben uns gesehen und wie gesagt wir hatten eine differenz und das haben wir aus der welt geschafft und wir haben uns an den tag wo wir uns gesehen haben sehr sehr lange unterhalten haben so sehr gut verstanden weil man auch viele gemeinsame freunde hat und auch in gewissen kreisen verkehrt hat wo man den einen oder anderen kennt und auch viele gemeinsamkeiten gab und so weiter und so wurde deswegen hat man sich sehr gut verstanden und deswegen bin ich auch immer noch die ganze zeit respektvoll weil wir nun mal uns auch sehr gut verstanden haben dass er hier zu seinem bruder hält und all das ist ja wohl klar kann ich den ja auch nicht übel nehmen deswegen aber alles gut wir hören mal weiter habe kein persönliches probleme ziehen an ich gucke mir die streams an und ich lache laut fand das witzig wie die gestartet haben ich fand das witzig das war sympathisch maximal witzig sympathisch aber jetzt kommt der springende punkt es sind dinge in seiner vergangenheit passiert wo ich mich auch von jedem der hier im raum sitzt der so etwas mit sowas zu tun hat mich distanziert hätte von jedem und ich hoffe dass jeder von euch auch so über den nächsten neben euch auch denkt ich weiß nicht was an diesen geschichten oder wir wissen in wahrheit nicht sind die geschichten war ist geschnitten ist das eine böse ex-freundin die oder keine ahnung kann wir wissen es nicht aber was ich weiß ist dass diese sache nie zu 100 prozent für die öffentlichkeit zu 100 prozent bewiesen werden konnte dass die sache nicht passiert ist ja finde ich schon mal gut dass er aber auch sagt wir wissen nicht zu 100 prozent na es gibt es ja natürlich leute die mich ja komplett als täter schon abgestempelt haben wie ein böse mann oder ein kuchen tv oder ein belasch und noch andere leute dann auch auf tiktok oder ein schmarsten schmal der typ reimt sich ihr wisst wenn ich mit schmarsten schmal meine wahrscheinlich ist ein superheld aus deiner fernen galaxie ich möchte seinen namen nicht nennen bevor ich irgendwie irgendwelche anwaltsbriefe kriege diese leute die natürlich auf jeder auf seine art und weise eine riesen reichweite hat oder werner frankfurt zum beispiel auch der mit dem ich auch sehr dicke war all diese leute die auf ihre art und weise sehr große reichweiten haben haben den leuten einfach so eine scheiße eingetrichtert und haben das sagt haben die sache so heiß gekocht obwohl die gar nicht so heiß war und haben mich damit komplett überrumpelt und haben die menschen komplett und natürlich gab es noch andere leute die daran wirklich die letzte haufen scheiße sind die interviews gefakt haben die falsche informationen verbreitet haben nur um das so aussieht zu lassen dass es hier sich tatsächlich um perfilie handelt oder was auch immer und natürlich leute wie schmeck schmeck aber rap check der dann den ganzen tag das ding mit der zweijährigen verbreitet hat und zweijährige zweijährige ohne beweise ohne nichts einfach das so den leuten reingedrückt hat halbes jahr lang dass das eigentlich für die leute dann schon klar war das ist ja dann so das wäre dann egal gewesen was ich in den zeitpunkt gesagt habe so also endlich rede ziehen dann mal wirklich tacheles frei schnorze das das war echt überfällig dass er das macht ich finde es gut das ist auch ein guter zeitpunkt finde ich oder was sagt ihr bei meinem entschuldigung statement wo ich sogar mich klar und deutlich von so einer scheiße distanziere und hass nicht gesehen haben die leute trotzdem leute das irgendwie falsch aufgefasst weil er weil die maschinerie des hasses so krass am am ziehen war ja und wie willst du als einzelner mann okay dann haben wir noch ruhe smog später jesus noch paar leute die da versucht haben das gerade zu rücken und so weiter wie willst du gegen so viele feinde sag ich jetzt meinen anführungsstichen oder leute die davon profitiert haben die damit ihre youtube klicks ihre miete gezahlt haben um mich an den pranger gestellt haben obwohl die wissen dass ich nicht so bin ja sachen die vor fünf sechs jahren waren ja dort mit so ein schlechtes licht zu rücken weil die damit ihre miete bezahlt haben ja und diese sache wurde dann noch so markus groß dann wurde die sache noch so von rechtsextremisten und so telegram gruppen verbreitet und dann hat man noch so ja der sinan der moslem der viele ja der der prophet war ja auch viele haben die so soll sonne filme gemacht das haben ja das das habe ich euch ja auch schon ein paar mal gesagt dass gerade diese diese neue rechte die im internet ja auch so aktiv ist dass für die das thema sinan natürlich perfekt gefundenes fressen war also tilmann knechtl trau kein promi gehört ja am äußersten rand zu dieser neuen rechten im internet tilmann knechtl ist connected mit diesen islam hetzern mit irvam peci michael stürzenberger mit oliver janisch mit achse ostwest die haben ja alle so einen verbund mit diesem amir arab pur ex muslim und die framen ja auch zum beispiel so ein islam hass dass der islam so eine große gefahr ist dass wir hier kurz vorm dschihad stehen und die haben auch so narrative wie ja der prophet von den muslimen der hat der waren der waren pädoyer bla 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 also da gibt es ja voll viele so so rechte narrative die auch islam feindlich sind und da passt natürlich so ein so ein sinan der solche vorwürfe hat passt halt perfekt ins bild rein da braucht man sich nicht wundern dass dieser trau kein promi solche videos macht der trau kein promi der ist ein astreiner islam hasser der hasst muslime und deswegen haben die auch nach allen kräften damit gefeuert hundertprozentig habe ich ja auch von anfang an gesagt viele von euch gar nicht mitkriegt aber in so in so bubbles hat so eine scheiße auch schon stattgefunden so natürlich ein arafat hat auch unterstützt und natürlich gesagt hey das ist hier nicht so und hast nicht gesehen aber wie willst du mit 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 diese leuten von denen ich gerade geredet habe die reichweite von den anderen war viel größer und der mit der meisten reichweite am ende gewinnt guck mal ein ein kuchen tv der sagt in sein in seinem video sinan schieß ein täter hat auf einer zweijährigen so und so gemacht er hat das einfach beschlossen ohne beweise ohne dass er die zweijährige kennt ohne dass er die gesehen hat oder dass er den namen kennt irgendwas er hat das einfach beschlossen und seine die anhänger zuschauer ja michael meyers schreibt trau kein promi macht werbung für rechte zeitungen trau keinem promi schreibt für rechte zeitungen trau keinem promi schreibt artikel für rechte zeitungen er macht nicht nur werbung für die hören dass er macht viele klicks schneidet ein video zurecht das video kommt raus weil wer reagiert auf dieses video montana black ein noch größerer mit der größte reagiert ohne die hintergründe zu kennen ohne zu wissen was sache ist und noch mehr leute kriegen das mit wie willst du gegen diese maschinerie von promo wie willst du gegen die alle ankommen ist es völlig egal was ich sage in dem zeitpunkt hätte das mädchen selbst kommen können und gesagt ich habe euch alle geprankt und dass er trotzdem keiner geglaubt trotzdem alle dieses wort weil das der hass war so groß und die leute haben das so verurteilt und haben damit klicks erzielt ja wenn einer von denen wirklich denken würde dass ich so weiner bin da warum sind nicht kommen haben wir auf die fressen kann keiner mehr auf fressen sowieso kann keiner von denen warum sind nicht gekommen wenn ich doch so einer bin warum bin ich dann nicht in knast gegangen wenn ich doch so einer bin ja das alles alles laberei das einzige was von den all den geschichten stimmt das einzige ist das telefonat aber all das die lügen mit minderjährige weiber oder ich hätte diese fotos an minderjährige geschickt was überhaupt nicht der weit entspricht die ex von mir ist 32 so dass auch noch mal um das noch mal ja zu verdeutlichen wie krass die mein bild versucht haben ekelhaft zu machen um nur das nur das bild bei euch so aussehen zu lassen ja der ist ja ein ich hatte den größten shitstorm aller zeiten in deutschland ich glaube es gibt keinen der größere glaube ich einen größeren shitstorm hatte als ich vielleicht noch dieser eine hier wie heißt er der im hotel so gefakt hat der hat mich wegen weil der ist wie heißt wie heißt er uri gela nein gil ofarim vielleicht hatte der noch einen größeren shitstorm als ich weil das so eine politische sache war ja also der schützturm von gil ofarim war auf jeden fall größer aber gut das sind auch bubbles das kannst du gar nicht vergleichen also in dieser online in dieser online deutsch rap affinen bubble hatte auf jeden fall sinan den schlimmsten shitstorm den man überhaupt haben kann safe also hundertprozentig ein shitstorm den ich hatte warum warum sind dann oblieblich keine opfer aufgetaucht warum warum kam keine anderen menschen ihre kinder oder irgend 100 prozent das ist alle das sind genau die sachen die ich erst letztens zu euch auch gesagt habe wisst ihr noch dass bei jedem vergleichbaren fall egal ob wie heißt der von rammstein der heißt doch auch till till einspiegel till lindemann genau die lindemann ein fall kommt an die öffentlichkeit zack noch mehr betroffene noch mehr opfer melden sich noch mehr opfer melden sich noch mal noch mehr opfer melden sich bei a kelly genau gleiche kiste damals ein fall kommt an die öffentlichkeit noch ein betroffene noch eine betroffene noch eine betroffene es ist ja auch logisch man du du bist ja nicht heute pedo und morgen bist du dann wieder ein völlig unauffälliger heterosexueller du du hast diese neigung oder du hast sie nicht und wenn du diese neigung hast dann lebst du die eben immer wieder aus das ist das ist ja einfach das da muss ja nur eins und eins zusammenrechnen und da gibt es logischerweise auch mehrere opfer die dann auch an die öffentlichkeit gehen das ist doch jedes mal so deswegen also allein schon der fakt dass es bei diesem sinan ding immer nur alles was da in den letzten jahren waren also alles was nachvollziehbar war nicht irgendwelche behauptungen oder dieses komische interview was der mit irgendeiner ominösen frauen die man nur vom rücken gesehen hat und ich meine wir wissen ja jetzt auch seit der sache mit farid dass da ganz groß da drin ist sachen zu faken aber diese offensichtlichen dinge die man nicht abstreiten konnte die offensichtlich so passiert sind es war immer nur dieses eine telefonat dieses eine telefonat diese facetime call auf dem ding basiert alles da ist keine zweite sache rausgekommen kein zweites telefonat keine zweite betroffene nichts oder freunde die gesagt haben ja man ich hatte das die befürchtung ich habe mir ist was aufgefallen ja nichts einzige was gibt ein telefonat nichts man merkt einfach dass jetzt wohl ein bisschen zeit verstrichen ist hat sinan halt auch anscheinend auch wieder die energie gefunden um da so ein bisschen souveräner aufzutreten weil ich glaube in der vergangenheit ist ihm das wahrscheinlich schwer gefallen wahrscheinlich am anfang war komplett überwältigt und wollte am liebsten irgendwo im boden versinken und dann später als er gekommen ist war dann entweder zu aggressiv oder er hat einfach nicht sich getraut alle sachen anzusprechen ich bin mal gespannt was er jetzt hier alles ansprechen wird ich hoffe für ihn selber dass er jetzt endlich mal wirklich alles aufrollt und über alles spricht damit nix mehr unausgesprochenes ich finde das größte problem in dieser sache war das unausgesprochene sinan hat ganz viele sachen nicht offen angesprochen und dadurch konnten die anderen die geschichte erzählen und so wie er jetzt wirkt scheint er lockerer zu sein und hat glaube ich energie gefasst und deswegen ja ich bin gespannt beweise ohne nichts so aber zu dem sachen komme ich gleich weiter wir hören noch mal kurz rein was sagt damit ich weiß was er überhaupt sagt aber zu dem kummer ihr habt gehört wie viele namen ich euch genannt habe mit so viel reichweite die haben euch alle verarscht guck mal ein schmalsten schmal zum beispiel ja okay gem hat mir gerade im artikel gezeigt der der thürmer knechtel schreibt unter anderem fürs kompakt magazin können wir aber er schreibt auch noch für mehr zeitungen soweit ich weiß ich habe ihnen angeboten ey lass uns reden ich erkläre dir die sache ich zeige dir auch beweise und hast nicht gesehen meint er meint ihr er wollte das hören was sagt schmarsten schmal ja das können wir ja auf tik tok klären tik tok live er wollte mit mir lieber live gehen um zuschauer abzugreifen seine eigene agenda zu verfolgen checkt ihr was ich meine so was soll man von solchen leuten halten so und ich mache natürlich diese scheiße nicht mit was macht schmarsten schmal er geht mit drei anderen vollidioten live die dann bei jeder aussage die er getätigt hat so wo die so machen und alle das muss ja schlimm sein das ist ja das schlimmste die haben dieses video das nackt video von mir haben die so promotet als würde so eine apps teil 2 doku auf netflix erscheinen die haben so getan als hätten die so ein kinder gesprengt ja und haben dann die lüge verbreitet da ist ein kind im video belas zum beispiel der ja auch der lüge überführt worden ist im tierstar interview ja geht mal alles später den tierstar schreiben zeigt uns bitte die aufnahme die du nicht rausgebracht dass in deinem interview was der belasch selber geschnitten hat da wird er der lüge überführt da sagt der belasch zu tierstar im interview ja das habe ich ja nie gesagt dass im video ein kind zu sehen ist da dreht der tierstar sein laptop um drückt auf play und lässt das laufen und dann der dann sieht ihr so den belasch so okay dann hat er das später rausgeschnitten das seht ihr das im interview nicht aber ich denke mal tierstar ist ein ehren das weiß ich auch auf jeden fall aber es ist ja bis heute nie rausgekommen vielleicht wäre das echt interessant dass der dass der tierstar das mal rausballert aber ja keine ahnung ich kann diese ecke ganz schwer einschätzen aber auf jeden fall belasch auch sehr großen anteil daran gehabt dass diese scheiße so ekelhaft wurde wenn die tierstar fragt wird er euch das zeigen so mit solchen lügen haben die die menschen manipuliert ja oder dieser moment ich erinnere mich noch als böse man dann den werner angerufen hat oder umgekehrt und da sagt er sagt der böse mann da kann ich jetzt nicht sagen das schließt ja das die die da man die schlussfolgerung von von diesem satz heißt doch er hat ein kind gesehen im video und so fingen die leute an mich zu hassen plötzlich obwohl ja nie ein kind da war oder sonst irgendwas das lustige ist wir haben das alles genauso beobachtet aber wir haben wir wir waren einfach nicht groß genug wir hatten nicht genug reichweite deswegen hat haben hat es natürlich nur unser kreis hier mitbekommen aber genau so habe ich das beobachtet aber ich glaube es ist wichtig für die leute das mal aus sinans mund zu hören ehrlich gesagt ich hoffe ich wünsche es ihm und seiner familie auch dass es diesmal anklang findet dass die leute das endlich checken was da passiert ist das haben wir keinen gejuckt dass sie das so gemacht haben weil dann gab es ja ein nackt video man darf ja auch nicht vergessen die sache von mir ist auch groß geworden weil es ja auch ein nackt video gibt ein bekannter typ der sich ein von der palme wedelt als die erfunden und ihr seid alle vor meinen eiern gekommen ihr habt alle nicht gebumst ich bin der einzige in deutschland so wissen was ich meine so mit diese lügen kam der hass wissen was ich meine und als das kind dann im video nicht war war es dann auch egal hat schon jeder gehasst oder hat sich dann nicht mehr weitergebildet oder hat mich sich mit dem thematik gar nicht mehr auseinandergesetzt so um dass damit dieses bild noch dreckiger wird hat ein gewisser interviews gefakt und haben dann so gesagt ja minderjährige im studio mitgenommen was auch völlig erfunden ist die geschichte hat nie stattgefunden also jetzt meinte diese lügen wurden verbreitet nur um das bild noch schlechter zu machen aber wir gucken mal weiter und dann gehe ich noch mal ein paar punkte ein und ich würde auch gerne das habe ich glaube ich auch noch nie gemacht oder noch nie gesagt wie es überhaupt zu diesem gespräch gekommen ist ich glaube das habe ich euch nie erzählt und habe ich auch sehr gut wirklich sehr gut auch noch schuldig das wollte ich auch noch machen in einem anderen video aber das mache ich einfach jetzt dann aber das mache ich aber gleich wir hören noch mal weiter rein erst mal er müsste aber in diese position gehen alles dementieren zu können nicht nur die mit ihr sondern beweisen zu können damit jemand wie ich mit guten gewissen mit so jemand im raum sitzen könnte ja guck mal nur sagt hier ich müsste das beweisen wie kann man etwas beweisen was nicht stattgefunden hat ja wie wenn man das beweisen das ist das das ist halt auch einfach komplett entgegen jeglicher logik was recht betrifft das ist ja was ich eine million mal gesagt habe recht ist dass schuld bewiesen werden muss nicht unschuld schuld muss bewiesen werden niemand muss beweisen dass der unschuldig ist wenn nicht vorher bewiesen wurde dass er schuldig ist das ist so ein scheiß alter ich habe das seit tag eins gesagt das war auch der grund warum ich mich eingemischt habe genau das das triggert mein unrechtsempfinden ich kann bei sowas nicht zuschauen das ist unrecht da würde ich mich immer dagegen stellen egal bei wem das nicht richtig niemand muss beweisen dass er unschuldig ist bevor nicht bewiesen worden ist dass er schuldig ist das ist ekelhaft das nennt sich beweislast umkehr so etwas zu fordern danke guni genau er sagt ich müsste es beweisen seit wann muss man in deutschland seine unschuld beweisen warum beweist ihr mir denn nicht dass ich schuldig bin es gilt ja immer noch die unschulds vermutung oder oder sehe ich das falsch oder gelten bei mir andere gesetze warum muss ich beweisen dass ich unschuldig bin also wenn es nach dieser ganzen bubble rund um trau kein promi tilmann knechtl und 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 geht dann weil du ein kann ist weil da hundertprozentig meiner ansicht nach auch rassismus dahinter gesteckt hat diese bewegung die sich da losgelöst hat ich meine man muss ja mal gucken wenn man bei zum beispiel die kommentare anguckt das sind ja auch voll oft rechte accounts die ihm lob geben und guck mal schauen wir auch die die ziele die die anvisiert haben sinan farid es sind immer bekannt bekannte personen die migrationshintergrund haben und auf die trischt man ein diesen pedo diesen dies die sind satanistisch das sind irgendwelche kreise versteht ihr was ich meine da steckt auch meiner ansicht nach auch etwas dahinter nicht alle aber ein großer teil von den leuten die dieses diese ganze entwicklung befeuert haben hatten auch rassistische beweggründe meiner ansicht nach beweis du doch dass ich schuldig bin wie viele schwarze brüder sind in amerika im knast todesstrafe bekommen weil die ihre unschuld nicht beweisen konnte man bei mir sagen ja ja genau und deswegen bin ich auch gegen die todesstrafe weil so sinan kann sich kann sich rehabilitieren stell dir vor wir hätten todesstrafe und du wirst hingerichtet weil man sagt ja du hast deine schuld du hast deine unschuld nicht beweisen können weiter da gibt es doch im beweis gibt ein video ja gibt es aber wo ist das kind wo wo rede ich ernsthaft über ein kind oder was auch immer zum beispiel vielleicht kann man zum beispiel bei wenn ich wenn du facetime machst wenn du facetime hast und scream recording was screen recording der nimmt doch die stimme gar nicht auf du musst das mit ein zweites handy aufnehmen so da könnte die alte erzählen was sie will die könnte mich nur auf stumm drücken und ihr denkt die redet mit mir und das zweite ding nimmt das auf wie leicht ist sowas so aber zu den sätzen und so alles komme ich gleich noch mal wir hören mal weiter rein erst mal wir waren jetzt hier ganz bei der unschulds verdrehungs geschichte ja natürlich hätte ich so wie ich jetzt rede auch vorher reden können aber der druck und die problematik war so hoch ich war gar nicht in der lage ich habe auch fehler gemacht in dieser zeit wie ich da vorangegangen bin 100 prozent aber nur weil ich fehler gemacht habe in der vorangehensweise bin ich noch lange kein fehler oder entweder oder ein was weiß ich was oder holen hasser oder irgendeine scheiße das ist ein unterschied so wir gucken mal weiter oder wenn ich ihn sehe eine umarmung wie geht es wie geht es alles gut alles nicht gut alles was weiß ich aber wenn es so ist wie das ist jetzt gerade zu diesem zeitpunkt dann halten wir von sowas abstand von so geschichten ich bin aber auch nicht einer der drauf tritt wenn ich nicht weiß dass zu 100 prozent so ist weil die geschichte ist schon ein bisschen komisch so jetzt kannst du noch sagen was was wir auch gesprochen haben bezüglich deines kampf zum beispiel was sie dann angeht ich habe auch viele nachrichten sich bezüglich bekommen viele leute wollten unbedingt diesen kampf sehen weil man unbedingt sehen will ich noch fris aber ich habe mich zusammen ich glaube er die wollen sehen wie ich dir auf die fresse ja weil du bist ganz schön hochnäsig geworden mein lieber nachdem du sein hat besiegt hast und ob sein hat ein guter gegner ist oder ein starker gegner ist oder nicht ich bin nicht sein hat gar nicht mein lieber so und da wirst du ein bisschen anders kämpfen müssen mein lieber weil ich bin straßenklopfer das was ganz straßenklopfer familie gesetzt auch meine freunde wir haben vernünftig unterhalten in dem moment weil viele emotionen spiel gewesen ich habe ein video gesehen wo ich gesagt habe ich bin auf das und hast du noch gefragt ja aber ja wir wollen sowas nicht zu tun haben was die leute nicht wissen ist dass boxsport an sich ist nicht nur das kämpfen das ist ein geschäft man verdient geld dadurch das heißt jeden den ich im ring auf fresse aber ich mache ein geschäft mit ihnen da macht doch kein geschäft mit mir kommen wir kämpfen ohne geld ohne veranstaltung du hast mich doch herausgefordert also ich rieche da so eine billige ausrede dass er einfach nur angst vor mir hat da ist einfach ich glaube einfach hat angst hat groß geredet und jetzt auf einmal emotionen ich küsse dein herz oder bekommen wir kämpfen ohne handschuhe mich interessiert das ja ich kämpfe gegen jeden wenn ich das für richtig halte für mich ist das nur so ein so ein für mich ist das einfach nur wir machen ein bisschen klicks wir haben ein bisschen biefen machen unsere reichweite hoch und dann machen sie so ein rückzieher dann kommen die an mit diese ja da waren doch vorwürfe im raum diese karte so und ich sehe da einfach nur angst in amados augen angst dass ich ihn besiegen könnte so sehe ich das und ich sage nicht hatte ich besser box als er darum geht sie gar nicht geht es ja nicht die frage wer ist der bessere boxer er hat schließlich mich herausgefordert ihr stellt euch vor ich hätte abgelehnt wenn ihr auf die harschise macht die auf sohn von seinem vater und so eine scheiße das war ich meine egal wir gucken mal weiter ich verdiene durch ihn geld er verdient durch mich fällt und ich möchte mir so jemand auf gar keinen fall was geschäftliches machen egal wie sehr ich den schlage in den ring das haben wir das was er getan hat oder was den davor geworfen wird nicht gut sein weil ich lass mich auf jeden fall was habe ich denn getan ich schwöre das gleiche wollte ich auch gerade sagen was hat er denn getan das ist die leute da muss ich ihm schon echt recht geben diese leute haben das wirklich so weit getrieben dass es mittlerweile so voll in den köpfen so so reingehämmert ist dass er schon was getan hat also getan hat er erst mal gar nichts der hat sachen gesagt die ekelhaft waren aber getan was hat er denn getan wo gibt es denn auch nur den geringsten das geringste indiz dafür dass er irgendetwas getan hat das ist so ekelhaft und das das geht einfach zu weit wirklich wenn man was tut muss ja oder muss ja ein täter sein also was habe ich denn getan außer mir ein zu habe ich jemanden verletzt ist jemand zu schaden gekommen gibt es irgendwelche opfer oder gibt es irgendwas dieses was er getan hat was heißt das was er getan hat damit impliziert du ja den leuten die jetzt nicht ahnung davon haben ich hätte irgendjemandem was angetan was er getan hat versteht was meine mit solchen aussagen hat man die leute manipuliert vergiss nicht was er getan hat ja was habe ich denn getan schon mehr ein gewinn hast du meinen schwanz dabei angeguckt so und die leute die auf kinderschützer machen die ganze zeit die nackt videos von mir verbreitet haben ja ihr seid doch schuld dass kleine kinder diese videos sehen die ein sehen denn meine community sind ja nicht nur erwachsene sind auch kinder also das ist schon ganz schön paradox ihr wollt kinder schützen verbreitet aber nackt videos von jemand also jetzt nicht amadu oder nur aber die leute ihr wisst schon wer die verbreitet hat oder auch andere leute die das verbreitet haben ihr redet vom kinderschutz verbreitet nackt videos ist das nicht irgendwie paradox ich weiß nicht oder bin ich jetzt voll idiot hier und sehe die sachen falsch egal wir gucken weiter gern auch die frösser und ein paar tausend euro und aus dem grund haben wir uns zusammen entschieden also wir haben lange darüber nachgedacht lange darüber geredet vor allem wobei mir auch noch mal im kühlen kopf war wir wollen sind hermann hermann sagt die frage ist hin an warum machst du überhaupt solche videos als person des öffentlichen lebens also erst mal ist das kein video was ich gedreht habe ja er wurde ja einfach gegen seinen willen gefilmt dass ein facetime telefon hat mit meiner alten mit meiner ex olle mit der ich eine affäre hatte die ich halt jeden tag durch den durch die den raum gebumst habe das ist doch meine private angelegenheit so das gehört doch gar nicht in öffentlichkeit euch geht das video nicht mal was an was ich da sage was dann nicht sage ob das verwerflich ist ob das nicht verwerflich ist das geht euch erst in linie gar nichts an und was vor fünf oder sechs jahren war kann ich doch nicht rückgängig machen ich habe mich auch selber nie als ein promi gesehen dass ich mir denke das macht man nicht man ich kam aus dem knast ich habe eine alte jahre lang und fertig so das ist ein privates ding ich frage auch kein von euch wie ihr zu hause mit der eure ehefrau umgeht oder eure ehefrau mit euch das sind privatsachen so aber warum machst du das wenn ich jetzt eine frau fragst du mich warum fix du eine frau du bist bekannt ja was soll ich machen soll ich loch in wand bohren soll ich die wand oder was warum machst du das ja warum warum du denn warum ich mein ja oder heizung ist auch natürlich entspannt in manchen situationen in knast wie der apfelkuchen azadi muss das noch nachholen damit er weiß was amerika abgeht so wir gucken einfach nicht machen zumindest nicht so lange das thema nicht nachgewiesen worden ist dass das nicht stimmt ich hatte sogar mit dem gedanken ja solange das thema nicht nachgewiesen ist wie soll ich dir etwas nachweisen so ich kann aber wir gucken mal weiter wie gesagt dann irgendwas gespielt gehabt ich habe ich hatte verschiedene szenarien im kopf wie wir das machen könnten weil ich wollte dann wirklich auf die fresse hauen und ja du wolltest jetzt nehmen können erstens und da habe ich überlegt ob wir das geld dann spenden aber wir würden den ein tür aufmachen wieder der ehrenmann möchte das geld spenden ich küss dein herz oder sehe ich aus wie caritas nichts gegen spenden ich bin da auch gerne oder ich lass diese ehrenmann filme spenden aber du bist ja so ein guter mensch und allein diese aussagen hier dass man dann sagt warte wenn wir gucken die kubikung weiter auf dem markt zu kommen auf den box markt zu kommen und er sagt ich würde er würde mir eine tür öffnen auf dem box markt zu kommen hat er das gerade gesagt ist schon lächerlich ich küss dein herz bruder ich habe ich habe mehr leute in einer halle gefüllt als agit kabahel in deutschland ich küss dein herz oder was wir auf dem box markt stattfinden oder ich habe mit mo abdallah eine rudolf-weber-arena voll gemacht ich küss dein herz da da hast du noch amateurkämpfe gehabt was für du eröffnest mir eine tür oder ich eröffne dir eine tür ich eröffne dir eine tür dass du überhaupt klicks macht das überhaupt leute die ich überhaupt kennen oder überhaupt über dich reden ja ich hab boxen erfunden der weiß das gar nicht eröffnet mir eine tür ich habe ihn ausverkauft nach innen geboxt klitschkort das zuletzt gemacht wenn du überhaupt oder 100 prozent der gültige ohne gürtel amadu du öffnest mir ein tür ich schließe diese tür spaß beiseite ich meine ich habe für boxen auch viel gemacht so du eröffnest mir auf jeden fall keine tür ich eröffne dir eine tür nicht nur in das box sport ja das ist auch ekelhaft ihn so zu behandeln jetzt weil also es ist offensichtlich dass da einfach ausgenutzt wurde dass sinan halt diesen shitstorm seit jahren hat und dann wird ihm einfach alles abgesprochen quasi so als ob sinan so no name wäre das ist ja schon lächerlich man kann ja von sinan halten was man mag und sein box seine box kämpfe finden wie man mag aber es stimmt halt wirklich dass die halt diese hallen da voll gemacht haben also das ihm abzusprechen ist auch das nicht fair eine tür in eine in ein in einen bereich wo du nie tätig war es richtig so du hast deine instagram videos gemacht du hast mal partik doch videos gemacht ist auch lustig ich habe also ich feiere das auch weil ich küss dein herz mir brauchst keine türen öffnen ich habe den leuten eine tür geöffnet nicht nur was boxen angeht viele leute habe ich entdeckt viele habe ich connected ich habe vielen leuten geholfen und jeder jeden den ich groß gemacht habe hat er wieder meine hand gebissen oder hat gedacht er hat alles alleine geschafft aber so ist das business deswegen bin ich gar nicht sauer ich mache mein ding weiter hamdallah irgendwie ein gespräch zu bringen und das ist nicht unser ziel weil auch wenn ich das geld an bedürftigen spende haben wir jemand die möglichkeit gegeben weiterhin geld zu verdienen und dass man weiterhin so tut das wäre nichts gewesen ich finde das jetzt schon sehr schrecklich dass leute immer noch hinter ihn stehen das widerspricht sich aber auch irgendwie so am anfang von dem statement haben die ja noch gesagt ja aber da ist ja nichts bewiesen und die wollen sich nicht beteiligen irgendwie bevor ohne dass es sicher ist und jetzt findet er das scheiße dass leute mit dem sind oder also die müssen sich auch mal entscheiden finden die jetzt das zehnten überführter pedo straftäter ist oder finden die die warten ab das widerspricht sich irgendwie in sich selbst also guckt mal leute erst mal sagen die die wissen nicht mehr bestimmt oder nicht aber finden es dann schrecklich dass leute hinter mir stehen das impliziert ja dass ich irgendwas schreckliches getan haben muss und dass es ja dann aber so ist versteht ihr was meine aber hinter so jemand sollte man nicht stehen und dann sein größter aufgabe sollte eigentlich moment sein und zu beweisen dass das nicht stimmt aber stattdessen ja das sollte natürlich die größte aufgabe sein über zu beweisen was er nicht existiert hat ich habe ja vorhin gerade das beispiel da kommen wie viele schwarze brüder in amerika hingerichtet werden oder weil ihre unschuld gar nicht beweisen können weil die das ja gar nicht waren und dann werden die zack eingesperrt weg man muss sich die unschuld beweisen man muss beweisen dass man schuldig ist so aber wenn ihr beweise wollt wenn ihr beweise wollt dann hättet ihr so ein video gar nicht machen müssen wir haben gemeinsame freunde ich schicke euch beweise und guck mal auch noch mal für euch weil ihr das alle auch wolltet auch ein beweis in diesem highlight video das wollte ich eigentlich in einem anderen video machen das andere video hau ich dann wahrscheinlich gar nicht mehr raus brauche ich ja nicht mehr weil ich das hier schon jetzt live quasi mit euch bespreche ich blende euch mal den brief der staatsanwaltschaft ja den ich bekommen habe hier ein ok ok das ist interessant ermittlungsverfahren gegen ihr mandanten ziehen an tat vorwurf schwerer sexueller missbrauch von kindern sehr geehrte frau rechtsanwältin das ermittlungsverfahren gegen ihren mandanten habe ich gemäß paragraf 170 absatz 2 der strafe eingestellt ja krass mobil von sichergestellt 18 11 22 alter die haben ein halbes jahr lang sein telefon durchsucht krass ne das sogar noch länger halbes jahr lang haben die seine 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 zwei smartphones von ihm durchsucht und es ist eingestellt also ich weiß ja natürlich nicht ob die vielleicht noch was öffentlich machen können wäre auch geil aber allein schon das legten natürlich nahe das richtige juristen nämlich anwalt staatsanwalt aufgrund der faktenlage entschieden haben dass es verfahren gegen ihn keinen sinn macht und damit ist er de facto unschuldig eingestellt heißt nur dass keine beweise gefunden wurden damit den nächsten experten wieder genau und solange keine beweise dafür existieren dass jemand schuldig ist ist er unschuldig verstehst du unglaublich dass man manchen menschen wirklich unschuldsvermutung erklären muss ja weiter jetzt theoretisch muss das jetzt einleuchten auf dem das auf youtube ist nicht jetzt sofort okay und ich schicke euch beweise ich schicke euch den brief und ich schicke euch noch andere beweise lasse ich euch zukommen gerne und dann will ich deine ausreden sehen amado so wie gucken weiter sind sitze da und macht die bestimmt macht seinen lustigen videos als wenn es passiert und ja wie gesagt dieser kommt wird auf jeden fall nicht stattfinden und ich glaube dass er angst vor niemanden hat weil sogar werwolf haben angst vor silber mal sehen ob er so lacht wenn ich ihnen die ersten runde die fesse poliert ja taf nicht schreibt man muss aber sagen bei kuchen tv wird bei kuchen tv auch gemacht dass mit dem vorwurf mit seiner ex wurde auch eingestellt ja nur nur dass der unterschied halt ist dass bei sinan ein telefonat besteht in dem sachen gesagt wurden es gibt nirgendwo nirgendwo irgendeinen beleg für irgendein kind das von sinan in irgendeiner art und weise angefasst wurde absolut nichts gar nichts und deswegen wenn dort etwas eingestellt wird dann kannst du höchstwahrscheinlich davon ausgehen außer es kommt was neues und ich weiß nicht also wie lange wollen wir das diese diese kuh noch durchs dorf jagen bis wir merken da kommt nichts es ist für mich einfach offensichtlich dass nach so einer langen zeit und dieser öffentlichkeit schon längst doppelt und dreifach weitere personen an die öffentlichkeit gekommen 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 wären und vergleichbare vorwürfe geltend gemacht hätten um bei 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 kuchen war das halt eben aktiv genau die person die die vorwürfe gemacht hat die bilder von ihren verletzungen gezeigt hat und das konkret ausformuliert hat das ist schon ein unterschied würde ich behaupten und kuchen tv hat es selber zugegeben ich muss aber dazu auch noch was sagen und das hat nichts mit sinan in schutz nehmen zu tun ich meine das ernst ich das sage wirklich ich habe gelernt in diesem leben muss man vorsichtig damit sein leuten vorwürfe und unterstellungen zu machen deswegen habe ich jetzt zum beispiel einfach nie nach dieser ganzen geschichte den kontakt zu sinan noch mal aktiv gesucht aber ich war auch ich habe ihn noch nie gepostet sinan hat oder sinan soll gemacht habe oder keine ahnung was wollte ich nicht weil es nicht es war alles zu kontrovers finde ich sehr korrekt und sehr stark von nur dass er das auch noch mal hier so betont und auch so er redet auf jeden fall korrekter als sein bruder finde ich sehr korrekt aber wenn über mich so ein da könnte der armado schlug mal zurück da könnte der armado sich ein stückchen von seinem großen bruder nur abschneiden zu sinan noch mal aktiv gesucht aber ich war auch ich habe noch nie gepostet sinan hat oder sinan soll gemacht habe oder keine ahnung was wollte ich nicht weil es nicht es war alles zu kontrovers aber wenn über mich so eine kontroverse im raum steht dann tue ich alles dafür das zu klären das zu klären und jetzt zu deinem satz mit dass man mit so leuten nicht zu tun haben sollte auch sein umfeld und so wir wissen nicht ob sie dann intern vielleicht schon mal beweise den gezeigt hat man weiß nicht habe ich aber nur so zur info aber sehr finde ich sehr stabil von muss man ja ehrlich sagen muss man hoch anrechnen denn nur dass er hier so gerade redet genau wir wissen nicht ob schon mal intern irgendwie beweise und ob vielleicht auch ein prozess kommt der dann auch zeitnah kommen muss das kann jetzt nicht in drei vier jahren passieren und die vielleicht deswegen beweise zurückhalten damit die nicht die pulver verschießen für gericht ich weiß es nicht ich nehme hier sind ja nicht in schutz aber ich kann auch nicht einfach mit nach unten treten weißt du auf jemanden der schon auseinandergenommen wurde aber wir haben hier in deutschland generell und das hat auch nichts mit china zu tun wir haben generell ein riesen problem die leute diese diese ganzen alles sowas mit mit so qualität kinder und alles hat die gesellschaft hier in deutschland ist schnell da drin diese dinge einfach zu vergessen und in dem programm und in den tagesabläufen weiterzumachen wie das schon immer gang und gäbe war ist ja nicht da hat er nur natürlich recht aber mit diese sachen habe ich ja nichts zu tun also da bin ich anderer meinung ich sage euch ganz ehrlich ich finde auf jeden fall dass hier und da manchmal wie hart gesetze umgesetzt werden davon abhängen wie viel geld du hast um dich zu verteidigen man sieht zum beispiel irgendwelche fußballer oder uli hoeneß aber dass wir hier in deutschland schnell vergessen wenn jemand mit aufgefallen ist das stimmt doch überhaupt gar nicht ich verstehe auch nicht immer warum die leute immer so schlecht über deutschland reden also als ob wir hier so das ist ja genauso wie der wer sagt es immer der carsten stahl dass deutschland ein paradies ist für das ist so ein bullshit und ich finde das auch irgendwie als deutscher ich finde das auch beleidigend das stimmt überhaupt nicht wir vergessen das nicht voll schnell wenn wir das so schnell vergessen warum warum muss sinan seit zwei jahren durchgehend gegen eine online armada kämpfen wegen einem facetime telefonat ohne dass jemals irgendetwas auf seinen smartphones wurde nix aber auch gar nichts gefunden wie wir gerade gesehen haben in diesem in diesem gerichtsschreiben kein zweites videos aufgetaucht niemand betroffen ist es angekommen gar nichts und trotzdem musste er seit zwei jahren damit rumkämpfen selbst wir müssten damit rumkämpfen weil wir uns dazu geäußert haben wird man da und als pädoverteidiger und 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 dargestellt wo vergessen wir so was schnell das ist doch völliger blödsinn das stimmt nicht generell vergessen die menschen schnell und zwar alles ukrainekrieg redet jetzt schon fast keiner mehr drüber weil ein ostkonflikt und ein ostkonflikt wird auch wieder voll schnell vergessen werden wenn das nächste thema kommt die die große aufmerksamkeit der großen öffentlichkeit ist generell so dass wir immer so fokus auf ein kernthema haben nächstes thema nächstes thema nächstes thema aber dass es besonders so wäre dass bei fällen von übergriffen auf kinder so das interessiert uns nicht weil wir sind nämlich ein pedo paradies das ist voll der schwachsinn voll der schwachsinn stimme ich da stimme ich überhaupt nicht zu gebe ich aber nur auch recht mir läuft vieles verkehrt aber wenn wir uns alle einig sind das universal der universal kodex von mir von nur von allen wir sind alle gegen pips wir sind alle für kinderschutz ja und der letzte hu wenn du wenn er von der gesellschaft ausgestoßen ist wenn er videos macht ja wir sind für kinder und kinder sind unsere zukunft kriegt der zuspruch und ist egal was für warum weil das ein universelles gesetz ist für jeden deswegen gibt es ja diesen ein bekannten der ganze zeit so diese videos macht den leuten geht es nicht um kinderschutz den geht es nur um klicks man hat denn jemals einer von den leuten die gegen mich geschossen haben kuchen tv oder wer auch immer ein kuchen tv der der bei twitter schreibt ich bin vielleicht aber ist ja noch besser als zu sein das ist ja alles witzig ja oder in seinem video zu zwei zehn oder elfjährigen mädel sagt wer zieht sich als erstes von euch aus oder wer soll weiß ich was da gesagt worden ist das ist natürlich alles irgendwie lustig für euch weiß nicht solche aussagen das wird dann natürlich irgendwie aber ich kann ja dass man das überhaupt das versucht oder versuchen leute in ihre videos das versucht haben irgendwie gleich zu lassen ob ich vom selben verein wäre das ist ja ekelhaft und abgrundtief ekelhaft die haben aus ein telefonat wie ich gesagt habe die haben so getan als ob die so ein kinder ring gesprengt haben versteht was ich meine die haben so eine epstein doku draus gemacht die haben uns versprochen das kommt das krasse video das ekelhafteste video aller zeiten hier schmarsten schmal schmarsten schmal als er mit dieser vollidioten live war die hatten 20 oder 30.000 zuschauer und die die hälfte und über die hälfte wusste ja noch gar nicht was abgeht und die ich hab das schlimmste video aller zeiten da müsste ja eigentlich voll der krasse kinder auftauchen alles was gekommen ist war ein wichs video und die leute dann da in seinem chat oh mein gott wenn ein erwachsener man wie schmarsten schmal solche aussagen tätig damit gibt er ja den leuten mit dass ich ja voll der krasse kinderständer wäre oder was auch immer versteht ihr was ich meine damit hat man schon die leute richtig ja das war das macht was mit dir hat macht man mit dir so und das hat was mit den leuten auch wirklich gemacht und zwar manipuliert so und das ist das ekelhafte dass leute ihre eigene agenda verfolgt haben ja dass ihre eigene agenda verfolgt haben und dieses kinderschutz ding ausgenutzt haben um sich selber zu profilieren so wisst ihr was ich meine und das ist das ekelhafte an der geschichte die haben kinder ausgenutzt für reichweite ja ein rap track der dann postet ja soll ich das elf minuten video pro video posten oder gibst mir mein youtube kanal wieder ja die haben versucht mich zu erpressen andere leute wollten gelder rausholen da will mich die alte erpressen die haben alle versucht profit rauszuholen aber keiner ging es darum kinderschutz ja nicht stellt euch vor da ist ein kind im video gewesen doch ging es tatsächlich um kinder das werde memo ja scheißegal gewesen hätte er ja sein youtube kanal wieder gekriegt er hätte auf das kind dann geschissen oder was das muss euch langsam klar werden dass das eine eklige agenda war und jeder der sagt ich wäre ein oder was auch immer ist ein hund und seine so versteht ihr was ich meine und so leute wie memo haben euch gibt ihre scheiß news news die mit mir gar nichts zu tun hatten immer mit dem herr steckt zweijährige zweijährige aber wir gucken weiter die leute werden auseinander genommen aber danach verschwinden auch medial verschwinden die sachen aber es wird dann lieber darauf geguckt auf irgendwelche andere milieus oder kriminelle clans oder hier und da und jenes aber diese ganzen sachen alles was mit sowas zu tun hat ist deutschland sehr sehr schwach sehr sehr schwach so um das stimmt nicht noch mal ganz kurz auf dem hintergrund das habe ich euch glaube ich auch noch nie gesagt so richtig weil mit zu der zeit das auch so ein bisschen peinlich war aber jetzt ist natürlich sehr viel zeit vergangen jetzt kann man viel lockerer reden ich bin nicht so unter druck weil die meisten die wahrheit kennen und man ist jetzt viel gechillter ja man hat keine tausend köche mehr die sagen ziehen und du musst jetzt das machen ziehen und du musst jetzt so machen ich war ja auch mutter ist am wein familie geht schlecht da anwalt da das war dies das man wo ich wusste selber gar nicht mehr wo rechts links ist ja so das was in dem video gesagt worden ist klar ich habe ich euch damals schon gesagt sage ich euch heute auch war scheiße weg 100 prozent aber ich habe das zu dem zeitpunkt vor fünf sechs jahren nicht so ernst genommen weil das mädchen wollte dass ich das sage der hintergrund dazu ist ich sage euch dass es ging nicht um ein kind oder sonst irgendeine scheiße was natürlich ekelhaft ist es geht es ging einfach darum dass sie mich beleidigen wollte so der hintergrund davon ist so ich habe die alte jahrelang weg ist move auf krasseste art und weise presslufthammer effekt beim barbarm den ganzen tag so sorry und ich habe die dabei halt auch immer beleidigt ich habe die fertig gemacht ich habe ihre familie beleidigt aber halt halt alles so auf sexuelle basis also ihr wisst was ich meine ich habe diese so ja so wie es mir auch immer gedacht habe sie dann ist einfach der ist halt einfach versaut deshalb ein bewährst liegen so blöd gesagt und ich habe die halt immer beleidigt beim so dachte hobby mäßig so was natürlich so und irgendwann hat die gesagt ich will dich auch beleidigen wie kannst du mich jahrelang immer beleidigen und ich will das auch mal und ich habe kein problem damit doch ja beleidige doch wenn du das machen willst ich musste wie so ein trainer ja komm mach so aber die konnte hat mich dann sagt die beleidige vielleicht werde ich sauer dann beleidige ich auch zurück so dann habe ich das gemacht das hat mich bei ihr wohl nicht gezündet da hat die zu mir irgendwann gesagt sag mal das und das und das vielleicht werde ich dann einfach sich und dann beleidige ich dich da habe ich auch gesagt wie würdest du mich denn jetzt beleidigen sage ich doch auch so der hintergrund von dem gespräch waren beleidigungen zu kassieren das ist jetzt nicht das worauf ich stehe oder so aber sie wollte es unbedingt machen aber die hat das dann heimlich aufgenommen und hat mich dann als etwas dargestellt was ich nicht bin das ist der hintergrund von dem gespräch dass die worte im video als ich fand diese worte im video weder geil noch haben die mich angemacht noch sonst irgendwas ja ich hab da für mich war das so re sagen okay ich sage das was du wolltest und dann tschüss die sauer darauf auch nicht aufgesprungen warum weil das halt aufgenommen hat um mich zu erpressen jahrelang so ich kann jetzt nicht rückgängig machen was ich vor fünf sechs jahren gesagt habe so wissen was ich meine und das ist der wahre hintergrund von diesem gespräch da ging es nicht dass ich irgendwie geil auf kinder war oder so um gottes willen so und jeder der was andere sagt ist behindert versteht über schweine so der hintergrund war beleidigen mehr nicht warum wenn ich doch so wie gesagt wenn ich doch so ein pp wie die gesagt hat oder wie die leute das verbreitern mit ihre interviews warum bin ich da nicht in knast gegangen warum ist man vor fünf sechs jahren nicht zur polizei gegangen da hatte man angst oder oder was ja die willst du mich verarschen warum hat man nach dem telefon hat dann weiter mit mir kontakt und habe das in der hinterhand falls ich die mal verlasse damit ich mich im video war nur sie und ich niemand sonst so und ich habe mit ihr 1000 das bestätigt halt einfach 100 prozent die annahme die ich auch hatte dass sie dann halt einfach so ein perversen schmutz talk hatte der moralisch gesehen wenn er öffentlich wird natürlich verwerflich ist deswegen ist es auch richtig gewesen dass sie dann sich dafür entschuldigt hat aber unterm strich es ist halt einfach eine private angelegenheit gewesen und solange es nur dabei blieb gibt es da keine keine pädostraftat oder sonstiges es war einfach schmutziger verwerflicher talk er erinnert euch auch damals was ich euch erzählt habe was alles gibt was es alles für kings gibt so pärchen mit verschiedener herkunft die sich gegenseitig rassistisch beleidigen beim sex pärchen die eine vergeben nachstellen weil die frau da darauf steht wenn sie gewürgt wird bis ihr schwarz vor augen wird das gibt es und das ist einvernehmlich es ist einfach unfair so etwas rauszunehmen aus diesem kontext diese diese freundin von ihm die wollte ihn einfach das leben zerstören genau so habe ich es mir ehrlich gesagt gedacht und es ist er hätte ja gut hätte hätte fahrradkette wie er selber sagt wahrscheinlich konnte er damals ich ihm das war ihm wahrscheinlich zu peinlich aber das war wichtig dass man das mal von ihm selber hört habe ich ja von anfang an gesagt ich habe von anfang an gesagt es ist wichtig dass man es von ihm selber hört dass er das mal beim namen nennt auch wenn es peinlich ist ich kann verstehen dass es peinlich ist mir wäre es auch peinlich auch noch mal für die die das nicht verstehen ich habe mich einfach irgendwie eine frau angerufen das war meine alte mit der ich telefoniert habe die leute dann immer so lügen verbreiten in ihren interviews ja das video hat einmal an einer minderjährigen geschickt das stimmt überhaupt nicht das ist eine lüge diese interviews wo frauen reden oder mit dem rücken zum kamera sitzen diese erfundene interviews dass diese olle die da im interview ist dann ist die freundin von dem und die wie heißt sie noch mal die alte wie wie aus duisburg so die ist diejenige die da sitzt mit ihrem scheiß fingernagel so eine seite leute haben doch ihre stimme erkannt und dies da wird auch noch was groß auf die zukommen ja die haben diese interviews gefakt versteht ihr was ich meine so und auch ein anderer der dann ich welches interview meinte jetzt meinte das war ich will jetzt seinen namen nicht sagen aber die ist was hat er noch mal behauptet bei tik tok hat er behauptet ja ich war dann bei sind einem hotelzimmer und da habe ich aus der toilette heraus ein mädchen gehört sie kam dann raus ich habe gesehen als eine minderjährige hat natürlich adler augen also sofort gescannt wie terminator sie mit radar er wusste sofort was abgeht hat dann gesagt ja es hat schon damals eine minderjährige toilette gehabt so diese geschichte ist übrigens erfunden die stimmt gar nicht so aber wissen was das lustige ist keiner hinterfragt wie alt war den ziehen überhaupt zu der zeit nur die geschichte dass er mein hotelzimmer war die stimmt da habe ich ihn kennengelernt darauf mich gewartet wir sind feiern gegangen ich hatte club auftritt da irgendwas mit eco glaube ich das ist 15 jahre her ja nicht selbst wenn das mädchen existieren würde und die wäre jetzt 16 17 keine ahnung hat ich war 21 bist du behindert oder was check dir was ich meine die leute hinterfragen nicht die höhere nur und sagen ja mann das ist und diese aussagen die er dann gemacht hat ein anderer hat dann darauf reacted da könnt ihr euch ja vorstellen wie die kommentare waren ja so schätze ich den ein ja der ist ja so und bedo und dann kann ich mir 100 prozent vorstellen dass er die auf der toilette dort wird und so ganz blöde aussagen so und der amadu macht hier mit seinem video so was ähnliches ja er spielt mit den hass der leuten das ist natürlich ein genialer schachzug weil ich ja gerade von vielen menschen die ein falsches bild von mir haben gehasst werde sagen die alle natürlich jetzt so amadu du bist ein ehrenmann gibt den keine plattform der ist der dumm pedo versteht was ich meine das ist einfach mit dem hass der menschen zu spielen so und das ist der punkt das ist der punkt der nutzt das aber hat angst vor mir das ist die wahrheit wahrheit ist angst vor mir strategie wie zehn die karte wir können denen keine plattform geben ich brauche keine plattform von euch digga ich habe leuten plattformen gegeben und das wisst ihr ich habe schon zu zeiten mit alberto videos gedreht dicker da hast du da hast du noch nicht mal einen boxhandschuh besessen wie lange bin ich schon dabei so überlegt mal oder noch ein beispiel so was ja auch in dieser in diesem tornado des geschehens ein nemo kumanimu nemo ein sehr krasser künstler den ich sehr schätze als künstler ist ein genie 100 prozent er geht einfach live auf tik tok also 10.000 zuschauer und dann hat er das thema von mir einfach behandelt und behauptet einfach ja gut dass das jetzt rausgekommen ist nicht dass was schlimmeres passiert wäre echt das wusste ich gar nicht solche aussagen werden getätigt ohne zu wissen den hintergrund der geschichte ohne zu sagen ja das ist fünf jahren werden ja die was heißt das nicht dass was schlimmeres passiert wäre das telefonat war gestern und morgen hätte ich vielleicht eine oder was auch immer das müsste ja dann in den letzten fünf jahren passiert sein weil das wusste ich gar nicht dass nie modus gemacht hat das auch nicht cool von als 56 jahre alt checkt ihr was ich meine hier neben solchen aussagen hat man sehr viele menschen dazu gebracht mich zu hassen ohne mich anzurufen die leute haben alle meine nummer man hätte mich immer anrufen können man erklären können ich habe über einen mittelsmann hätte ich mit schmaß und schmal reden können aber er wollte ja tik tok live lieber dem war dann dem war die wahrheit egal vielen leuten von dem war die weit egal belasch war die weit egal der super forensiker der irgendwelche sachen vorhin hier vorhin sich bearbeitet wofür wofür maschinen ein jahr brauchen dann macht der in zwei stunden natürlich aber er ist ja oder top forensiker über die überdurchschnittlich schlau das darf man nicht vergessen er ist schlauer als die polizei erlaubt deswegen ist das anhand das ist ok da weil belasch ist halt wirklich intelligent fast abitur also ist so intelligent dass der fast in den 90ern sein abi gekriegt hätte gesagt hat ein insider die musst du noch nachholen versteht ihr was ich meine so und soll so war ich auch niemo als künstler liebe das war so ein live von denen was einfach scheiße war ja das ist generell diese dynamik die in dieser ganzen sache passiert ist das quasi als einmal dieser zug fahrt aufgenommen hat haben einfach alle möglichen leute einfach mitgemacht einfach mitgemacht ja aber das ist halt schon ich meine der hat sich eine auch der hat sich auf ein zweijähriges und gut dass da nichts passiert ist also ich würde dem meine kinder nicht zum aufpassen geben da haben einfach ganz viele leute immer weiter mit drauf reingetreten richtig ekelhaft halt einfach so wie es immer beschrieben wie ein lynch mob wie ein lynch mob ohne nachzudenken und da könnt ihr euch jetzt vorstellen der sagt so der 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 sagt und alle denken nur noch ja das muss ja dann stimmen versteht ihr aber jetzt habe ich euch noch mal den hintergrund des telefonates erzählt das hätte ich auch viel früher machen müssen ja aber das gab es zeiten da war es mir halt auch wirklich unangenehm peinlich alles damit ihr bescheid wisst so und ich sehe es schreiben auch leute gar sie im chat sogar sie kann ich auch eins sagen ja das haben natürlich die feinde von mir sage ich jetzt mal die ganz viele videos gegen mich gemacht haben dass diese karte gar sie haben die auch ausgenutzt die haben gedacht gar sie hätte sich von mir verpisst wir haben uns er hat sich von mir distanziert wegen dieser sache dann muss ja was dran sein wenn ein gar sie ja der zimmer der ja gar sie immer mitgenommen hat alle die sollen ja unzertrennlich jetzt hat sich gar sie distanziert dann muss ja was drin sein da muss ja was dran an der geschichte das kommt für den zuschauer glaubwürdig aber der die wahrheit ist einfach dass gar sie und ich schon uns eine woche zwei wochen bevor das ganze passiert ist haben wir eine auszeit genommen so und jeder kann auf meinen youtube kanal gehen und die letzten videos vor dem shitstorm könnt ihr euch reinziehen und da sage ich euch gar sie wird jetzt ein paar tage nicht kommen weil er ein paar sachen zu erledigen hat so gar sie hatte zu dem zeitpunkt muss er sein album aufnehmen er hatte probleme mit dem laden und mit selbstständigkeit irgendwas war damit staat oder so keine ahnung und er hat zu mir sprach 45 tag ich muss die scheiße fertig machen wieso bruder mach ich gehe mit den jungs live so und dann ist in der zeit wo er weg war ist diese ganze scheiße passiert er hatte mich auch einige male angerufen wir hatten uns auch zwischen tue und angel mal am telefon aber es war ich hatte keine zeit auch mit gar sie zu reden schon musste mit 100 leuten reden das probleme ich habe mich auch in mein bett verkrochen ich wusste auch nicht wohin das war ja höchst unangenehm die ganze scheiße so klar gar sie und da dann versucht mit ein paar witzen da irgendwie den wind aus den segeln zu nehmen ihr dürft auch nicht vergessen gar sie ist jetzt auch nicht justin bieber der ist jetzt hier nicht seit 20 jahren im show business und weiß wie alles abläuft für den war das alles eine neue situation für mich war das eine neue situation zwar schwer das war für russ sehr schwer russ hat viele stiche abbekommen obwohl er nichts getan hat außer seinen bruder zu verteidigen ja und es war für uns alle eine sehr schwierige situation und dann haben die leute natürlich auch den gasi beleidigt uns beleidigt egal was man hat druck ausgeübt so und viele leute die dann auch ein zwei videos gegen mich gemacht haben diesen einfach nur opfer des drucks geworden die haben lieber ein video gegen mich gemacht damit ihre ihre hate welle so ein bisschen aufhört obwohl die gar nichts getan haben die waren sklaven der hater der einzige wo man sagt der ein richtig gegeben hat auf hater auf alles ist natürlich russ arafat morg jesus stehe was meine aber andere sind halt nicht so stark gewesen flair weißt du was ich meine leute wir wir waren stark wir haben uns unsere eigene meinung gebildet nicht nur ich ihr auch ich meine ich habe niemanden von euch hier gezwungen mir zuzustimmen wir sind konsequent geblieben in unserer position und wir waren auch in der ganzen sache 100 prozent oder so sehr wie es geht neutral wir haben uns das ganze angeschaut und wir haben uns unsere eigenen schlussfolgerungen gezogen nur um es mal gesagt zu haben das geht auch an euch alle kann man auch gar nicht unter den nase reiben der junge wusste auch nicht woher man hat den auch bedroht und geschrieben das ist schon korrekt von ziehen an finde ich gegenüber gar sie ziehen an könnte schon ziehen an könnte schon ekelhafter auch gegenüber gar sie sein weil wenn man mal ehrlich ist dann war das natürlich schon hart das waren also die ganze sache ist für für sie noch schlimmer geworden weil sich in dem moment mit gasi oder auch beim ersten bei der ersten welle im jahr davor manuel weil die leute die ganz nahen ziehen an dran waren in dem moment sich sofort von ihm abgewendet haben das hat das ganze noch schlimmer gemacht deswegen er zeigt hier auf schon größe dass er da so versöhnlich über gasi redet und der stabilste der mein bruder der am start ist mein bruder amma 47 überlegt mal amma 47 mit dem ich nichts zu tun hatte setzt sich dahin und stoppt den leuten das maul obwohl ich den ich kenne versteht ihr das ist ein löwe das ein löwe weil amma sich nicht den leuten hingibt und sich denkt ja man das was die sagen stimmt oder blind leute glaubt bilal gold genauso 100 prozent sorry wenn ich den einen oder anderen ist in diese redefluss vergessen habe eine horne auch also die auch zumal noch dass all diese leute ja auch beweise gesehen haben und ich auch selber gesagt hat mir guck selber aber ist vom hocker gefallen als er sachen gesehen hat und die sachen habt ihr alle noch nicht mal gesehen aber ich werde extra nur und amadu und alles diese beweise zukommen lassen und jetzt wenn das video raus ist werdet ihr ja eh schon auch das staatsanwaltschaft ding sehen und ich habe euch gesagt und ich wiederhole es noch mal ich bin weder ein p noch bin ich so will ich so einer sein noch will ich mit sowas zu tun haben noch fand ich die worte geil noch haben diese worte mich geil gemacht ich hatte eine latte die hätte sagt die hätte pizza margarita sagen können ich hätte auf die abgeben es war mein fehler da ich da mitgemacht habe 100 prozent dass ich überhaupt nicht geschaltet habe das war gebe ich zu klar war dumm von mir aber dicker was soll ich jetzt ändern was soll ich soll ich jetzt den jetzt anrufen der soll mir sein ding ins auto geben damit ich in die zeit zurückreise oder was soll ich martin mcfly anrufen cousin gibt mal dein auto wissen meine gerne und wenn ich jetzt die islam karte ziehen kann ich bin ja moslem ich kann ja die islam karte auch mal ziehen ja wer sünden von anderen menschen die nicht mal stimmen verbreitet ja ich muss ich muss knossian ruf wer hat die karte stimmt ja also wer sünden von anderen menschen verbreitet die nicht mal stimmen wer über andere menschen lügt und sie verbreitet über den wird allah die wahrheit sagen wer versucht über andere menschen sünden aufzudecken in der öffentlichkeit um sie selber gut darzustellen auf den kopf des jungen ist ein feind von amort in diesem video die jungs die machen das vielleicht nicht extra aber ich gebe den einen tipp frisst mein haki lässt zu dass menschen mich beleidigen guckt euch die kommentare da an ja mann der ist ein das der ist ein dies und jeder der mich beleidigt ist mein hassanat und ihr macht ihr nehmt in dem die schlechten taten die ich getan habe in meinem leben auf eure waage ja denn muslime dürfen niemals über einen anderen einfach blind urteilen und lügen verbreiten um sich um sich besser darzustellen als der andere ich brauche jetzt nicht ergänzen dass das bei den meisten anderen religionen genauso ist dass das bei uns christen genauso ist mit wer ohne sünde ist wer für den ersten stein du siehst den den sparen im auge deines bruders aber nicht das brett vor deinem kopf und 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 macht ist ein feind von allah merkt euch das wenn ich hier auf moral prediger mal machen da denkt immer dran wenn ihr so macht und mit dem finger auf den und den zeigt zeigen drei auf euch zurück und über die sünden andere menschen zu sprechen ist immer einfach ich erzähle euch ein beispiel ihr erinnert euch doch noch das bojan hier mein stream war bojan hat erzählt die haben mal mit drei vier leuten irgend so typen bei mcdonalds weggehauen erinnert ihr euch da habe ich mir kurz gedacht mit vier mann einen typen weg macht man nicht aber da habe ich nachgedacht ich habe das doch auch schon gemacht ich bin kein bisschen besser die sünden von anderen menschen über die kann man immer leicht urteilen aber über sich selber sieht man das nicht so schlimm denkt man ich habe aber nicht so gemacht er hat mich im fest dazu gehauen ich habe cool gehauen ich habe so gemacht versteht was meine die sünden von sich selbst die zählt man nie aber die sünden von anderen er hat so gemacht der dies gemacht menschen müssen langsam aufwachen und mal verständnis zeigen ja auch wenn ich vielleicht in der vergangenheit oder ein statement mal hier so gesagt haben so gesagt man ich war auch überfordert wusste auch nicht wo ich wollte ja auch nur dass es endet das ist doch keine leichte situation für mich und da muss man ein bisschen nach sich zeigen steht ihr was ich meine da muss man nach sich zeigen und das ist das ding so und ich hoffe ihr habt jetzt endlich begriffen so und ich werde natürlich noch mit meinem antreten weil es gibt natürlich auch beweise noch die ich jetzt so nicht offenlegen kann wegen den verfahren und die ganz scheiße oder besser gesagt nicht das verfahren gegen mich das wurde eingestellt da habt ihr den brief gelesen es geht um das verfahren gegen die alte ja und da muss man noch mal ganz kurz gucken ob man das zeigen kann oder nicht aber wie gesagt ich werde einiges diesen jungs rüber schicken und dann wissen die bescheid hoffentlich aber wir gucken mal weiter was die geredet haben so und ich sehe auch viele schreiben kommt ein comeback mit gasi oder macht ihr da alter ihr wollt immer von mir irgendwas ich verstehe das aber ich will auch wo ist der hundertprozentige support dicker wo ist das support warum hat man mich fallen lassen warum haben so viele mich fallen lassen hat auch für wegen lügen oder um sich selber zu schützen manche leute verstehe ich die haben ein geschäft die wollen so ihr wisst aber hätte ich jemals einen fallen lassen denkt mal so hätte ich jemanden fallen lassen hätte ich jemanden zurückgelassen ich habe noch nie einen zurückgelassen versteht ihr was ich meine ich fühle ich voll ich bin auch so allergisch bei sowas es ist so unrecht deswegen konnte ich das auch so nachvollziehen und weil ich dann nachdem ich mir alles angeschaut habe mir mein eigenes bild gemacht habe habe ich dann auch mit gutem gewissen mich damit einmischen können und meine meinung sagen können und natürlich auch helfen ein differenzierteres bild zu machen es ist einfach nicht richtig ich habe das auch so oft erlebt dass leute die vorher von dir hilfe bekommen haben die ich dann einfach fallen lassen sobald sie keinen nutzen oder sogar nachteile von dir befürchten müssen aber ich selber habe so oft lo an leuten festgehalten leuten weiter den rücken gestärkt obwohl ich sogar mit nachteile dadurch hatte so oft in meinem leben habe ich das gemacht so viele künstler die ich bei meinem label auch gepusht habe und auch nachteile dafür in kauf genommen habe schon vor meinem label habe ich künstler ich habe ich weiß es noch ganz genau ich habe einfach bei der juice eine schlechte review bekommen wegen lions die shindy gerappt hat auf meinem album ich habe negatives feedback bekommen weil ich an einem künstler festgehalten habe der damals noch nicht so gut ankam wie später und wie wurde es mir gedankt überlegt mal das ist so oft so dass menschen sich so verhalten dass einfach die widerwärtigste sorte vom mensch deswegen ich bin echt froh dass ich gelernt habe sowas besser zu erkennen und wenn ich merke dass menschen so sind dann halte ich mich einfach von denen fern ich 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 will nicht genauso scheiße werden aber ich will natürlich trotzdem einen freundeskreis haben der mich spiegelt ihr habt jetzt mittlerweile echt viele freunde von mir kennengelernt glaube ich und ich glaube ihr merkt dass die alle vom selben schlag sind wie ich dass wir alle so sind dass wir loyal zueinander sind und auch durch dick und dünn zusammenhalten egal ob es mir jetzt gerade voll viel bringt mit jemandem zu sein oder nicht und sowas wünsche ich sinan auch weil offensichtlich haben einfach genügend leute ihn und seinem bruder schön genutzt als die vorteile davon hatten und bei bei der bei der ersten krise und das ist ja eine krise gewesen sind die leute weg das schon ekelhaft richtig ekelhaft so ich habe euch das schon mal gesagt noch mal was da gesagt worden das fand ich weder geil noch sonst irgendwas ich habe nur das gesagt was die von mir hören wollte ich habe es einfach gesagt ohne mir dabei irgendwas zu denken einfach gesagt und dann war das thema vom tisch am nächsten tag habe ich jemanden so müsst ihr euch vorstellen mal telefonieren mal kommt die mal geht die so wie ein fehler sorry dass ich so ekelhaft rede aber das ist die wahrheit so ist es abgelaufen ich bin ich bin gewesen ihr wollt ihr mir jetzt zulasten legen ich bin ich habe nie geschmarrt bei denen kann ich mir vorstellen wie der aussieht wie mein schuh am sohle aber egal wir gucken mal weiter vielleicht fallen mir dann noch ein paar sachen ein oder ist eine harte unterschiedliche heikles wo war chosen alles herzhafte jungs alle nicht nur die jungs mein bruder memo die zwillinge nasib samo unzählige die liste kann man ungebremst weitermachen ghetto trend unser freundeskreis besteht nur noch aus solchen leuten tun das kommt jetzt auch das sieht man beweist uns jetzt im nächsten monaten beweist uns alles was nicht stimmt dann fühlt man sich dann weiß was auch die leute den halt so getriggert haben ja du bist so sind als das da mein schuh diesbezüglich wie gesagt wir wollen jetzt nicht unterstellen aber weil wir können wir wissen es nicht 100 prozent ja du hast recht hakuschi das spricht für dich du solltest es nicht bereuen ich bereue es nicht ich bereue gar nichts ich bin nur froh dass ich gelernt habe besser zu unterscheiden und mein freundeskreis zu zu sortieren aber das was ich gesehen habe reich mir mir persönlich das ist so jedem seine eigene entscheidung also reicht mir persönlich und und sowieso auch was ihr gesagt habt wir haben ja wie gesagt wir haben lang gesprochen und sind zusammen sowas entscheiden wir immer zusammen wir versuchen immer ja amadu sagt jetzt hier so aber als er mich herausgefordert hat waren ja diese sachen ja auch schon im raum oder war hat sich ja nichts geändert in einer woche er hat angst er hat einfach angst aber ich kann amadu verstehen wenn ich gegen ein sinan kämpfen müsste von leicht wäre auch vorsichtig da geht die euphorie mit einem durch halas der hat bestimmt nicht damit gerechnet dass ich das annehme stelle ich meine geht schnell so furcht habe ich vor keinen vor keinen der da sitzt ich mache meine späße ich mache mein humor ich finde den ein oder anderen auch korrekt den nur finde ich auch in ordnung der ist cool der redet auch sachen wo ich sage krass hätte ich nicht erwartet dass er das hier so sagt aber ich hatte noch nie vor irgendjemand eierflattern noch nie hatte ich eierflattern vor irgendjemand all die leute die labern ja ich habe sie dann mal gehauen ich habe so gemacht schwäzerei schwäzerei ich kann jetzt auch nach new york fliegen 50 cent komm raus du und glaube ich dann durch essen habt ihr gesehen die ist nicht rausgekommen alles hollywood küss dein herz ich muss nicht für jeden ich muss nicht für jeden aufstehen jeder versucht immer auszugleichen es kann sein dass etwas gibt was sehe und was der andere nicht sieht oder auch andersrum und da habe ich auch ein bisschen ältere leute um mich herum die paar jahre mehr erfahrung haben wir ich so dass ich und mich da auf jeden fall gut beraten und dafür bin ich auch sehr dankbar nochmal ich sag zwar nicht mit mir persönlich weil dann krieg ich beleidigung ja ansonsten haben wir noch was oder meiner meinung nach nicht wenn du willst können wir uns kurz ein bisschen angucken was er hier noch gesagt hat er hat ja auch so ansage man sagen gemacht ist amadu jetzt schon also er war mir am anfang sehr sympathisch ich kann aber verstehen warum der so dienst warum das so geswitcht ist du musst denken der stream von ihm hat einfach mit lachen laute mund mund aufarm lache ich weiß nicht ob er die welt nicht verstanden hat oder nur so tut als wenn er die nicht verstanden hat das erste mal was er gesagt hat gesagt ja ich hab's richtig in den lachen genommen aber an azadi auf jeden fall eine sache natürlich wer bin ich für dich dass du dass du einen ratschlag von mir annimmst oder annehmen solltest aber eins kann ich dir sagen es ist nie zum vorteil jedermanns freund zu sein und auch nicht in dieser internetwelt so dieses er probiert bei jedem und mit jedem cool zu sein da hat er nur natürlich recht aber ich sag euch jetzt es gibt es in dieser internetwelt keine freundschaft wenn man mit jemandem sympathie hat wenn man die leute aus dem showbusiness kennt arbeitet man zusammen weil man gemeinsam was erreichen will man es aufeinander so auf diese profiting du hast fame ich hab fame wir machen was aber echte freundschaft in dieser szene gibt es nicht so richtig nicht so wirklich wissen was ich meine ihr habt doch gesehen wenn einzige echte freundschaft ist bushido und marvin und twizy und marvin und kuchen tv und marvin und asche und marvin tierstar und marvin ne das sind echte bruderschaften echte bruderschaften fällt oder man denkt er fällt treten lieber darauf ein anstatt ihnen hochzuhelfen denn dieses business ist ein kannibalenbusiness man frisst man will fressen fressen oder gefressen werden piranha becken einer fällt einer weniger der vom kuchen essen kann so ist diese business deswegen ist dieses business so ekelhaft ja ohne scheiß ist einfach so aber ich sag ganz ehrlich jeder jeder absolut jeder der länger dabei ist wird euch das bestätigen unabhängig von camp lager stadt oder sonst irgendwas jeder der länger nicht nur in deutsch rap sondern wahrscheinlich einfach in der öffentlichkeit ist der in dieser online welt ist wird euch das bestätigen einfach so ist einfach widerlich vielleicht liegt es daran dass wir eine szene aus autodidakten sind wisst ihr was ich meine dass wir alle so quereinsteiger sind ich weiß nicht aber es ist auf jeden fall ekelhaft aber ich bin immer so gewesen ich sehe es nicht ein auch so zu werden ich will nicht so sein ich habe immer versucht trotzdem gut zu sein ich habe das nie ich wollte es nie akzeptieren ja du bist viel zu gut aber wie kann es schlecht sein zu gut zu sein ich will gut sein dann dann portioniere ich lieber besser zu wem ich gut bin und halte mich von anderen fern aber ich will kein wichser werden ja aber du musst ein arschloch sein um erfolgreich zu sein nein ich ich weigere mich das zu glauben ich will kein arschloch sein um erfolgreich zu sein dann bin ich lieber erfolglos ich hasse ich hasse diese einstellung ja man muss halt um erfolgreich zu sein nein muss man nicht muss man nicht ich glaube nicht dass tupac ein arschloch war glaube ich einfach nicht so lange bis ich ein gegenbeweis gesehen habe ich sehe das nicht ein ich will kein arschloch sein weiter jetzt steht was ich meine und das meint ihr warum diese leute videos machen mit so komischen überschriften der und der rap hat ein skandal schlimmer als bei synergy damit sagen die euch wollen die euch sagen das ist so schlimm gewesen dabei wissen die alle ganz genau dass das nicht so halb so schlimm ist wie die behauptet haben aber das bringt klicks geile leute blutsauger mehr nicht so und das kann manchmal einfach nach hinten losgehen man muss seinen eigenen charakter haben das sollte das aushängeschild von jemand sein bonn schreibt ich habe mal mit einem coach gesprochen der sehr reiche menschen betreut dieser coach hat sehr viel geld damit verdient dass er einfach nur mit diesen reichen menschen spazieren gegangen ist und über privates gesprochen hat denn sie hatten zwar ein volles telefonbuch aber sind alles nur businesspartner und kein einziger freund definiere reichtum 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 sind freunde freunde und familie das reichtum ich bin davon überzeugt ich habe ich habe nur einen bruchteil der kohle gemacht wie viele meiner ehemaligen partner schau mal wie viel geld shindi gemacht hat aber wie viele echte freunde von früher hat shindi guck mal bei mir aber letztens saßen die zwillinge hier ich kenne die zwillinge länger als manche leute überhaupt rappen vor war der meine beats heute noch macht den ich schon seit den 90er jahren kenne ich habe so viele freundschaften die schon zwei jahrzehnte überstanden haben das das ist tausendmal mehr wert als irgendwelches geld schön ja klar ich bin kein hippie ich weiß schon man braucht auch geld ich muss meine miete bezahlen ich muss irgendwie leben können und ich will auch einen freien kopf haben deswegen will ich auch geld aber nicht um jeden preis auf der welt und vor allem nicht um den preis ein arschloch zu sein leute zu hintergehen und ich persönlich ich kenne halt russ viel besser als sinan aber die sind geschwister und diesen eine familie und ich habe allein schon russ auch immer so wahrgenommen und ich glaube dass sinan auch so ist dass die leute sind die zusammenhalten und einen nicht fallen lassen nur weil irgendwas passiert auch in schweren zeiten ist man befreundet gerade in schweren zeiten in leichten zeiten wenn es gut läuft wenn man im club ist bruder ich liebe dich ich liebe dich auch ich würde kugel für dich fangen ich würde den messer reingehen egal was es ruft mich immer an ich schwöre ich liebe dich und so dummes gelaber ist billig richtig richtiges kennig dingsbums ich schwöre bruder ich schwöre keiner ist so wie wir sind nur so egal jederzeit ich schwöre und so aber wenn dann irgendeine scheiße kommt die mal unangenehm ist dann ist ja bruder ich schwöre gerade ist bei mir richtig voll und so und verstehst du ich würde schon gerne aber weißt du bla niemals bin ich so wenn du mich als freund hast du kannst immer auf mich zählen immer natürlich würde ich niemals unrecht unterstützen ich hätte mich auch niemals in der sache zum beispiel engagiert wenn ich der meinung gewesen wäre dass es mehr gewesen wäre als das was es ist nämlich so ekelhaftes schmutzgelaber was er da gemacht hat wenn ich den eindruck gehabt hätte es ist mehr als das und wenn ich nicht beobachtet hätte wie viele leute da die gunst der stunde genutzt haben um content zu machen casten masten basten schasten dann dann hätte ich mich da auch nicht eingemischt aber ich habe das so eingeordnet ich habe das so beobachtet und deswegen habe ich mich da auch engagiert ganz einfach ekelhafte welt ich schwöre bei gott es ist irgendwann ist es einfach cool geworden ein arschloch zu sein und ich sage euch noch eine sache was ich gerade sagen wollte ich kann mich noch erinnern und glaubt mir ihr könnt jeden fragen der länger in dieser unterhaltungsbranche ist wenn man in dieses game reinkommt die wenigsten kommen ganz allein rein man kommt immer irgendwie mit einer crew rein man kommt immer mit einem kollektiv entweder hat man einen partner in crime oder mehrere im hintergrund sind auch leute dabei producer video grafen und 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 früher oder später kommt immer der moment wo sich wege trennen und das ist auch an sich nicht schlimm weil es ist menschliche schicksale menschliche wege sind sind wie schlänge linien wie serpentin okay und es gibt phasen da läuft man parallel nebeneinander und alles ist perfekt gleiches ziel gleiche energie gleiche gleiche chemie man läuft jahrelang nebeneinander her wie soldier und irgendwann gehen die wege auseinander der unterschied ist nur aus welchem grund geht das auseinander schau ein tun zum beispiel ein tun ist ist nach ulm gegangen hatten noch mal ein zweites leben angefangen hat was ganz anderes gemacht familie gegründet und 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 aber wir sind bis zum heutigen tage gut bis zum heutigen tage in köln war er dabei ist mitgekommen ein schindy hat damals die erstbeste gelegenheit gesehen und hat sich verpisst und hat mir noch freche nachrichten geschickt und ich kann mich noch gut erinnern sowas ist nämlich immer wieder passiert und jeder der länger in der branche dabei ist kennt es sowas passiert immer wieder und ich weiß noch bei den ersten malen an denen sowas passiert ist dass es eben nicht so ein so eine trennung war die einfach darauf basierte dass man unterschiedliche vorstellungen von der zukunft hatte was vollkommen in ordnung ist sondern es waren so trennungen die darauf basierten dass einer einfach astrein von dir so räuberleiter angenommen hat und danach so auf dein kopf über dich weiter nach oben geklettert ist das war nicht nur schindy und ich will jetzt auch nicht alles die ganze zeit auf schindy münzen so wichtig ist er auch nicht ich sag es nur als beispiel weil ich keinen bock habe jetzt weitere namen zu nennen und dann so themen größer zu machen als sie eigentlich sind manche sind schon längst in der bedeutungslosigkeit verschwunden und genau da gehört ihr auch hin viel spaß aber ich erinnere mich bei den ersten malen als sowas passiert ist dass dann manche leute gesagt haben aber der hat sein ding gemacht der scheißt auf alle der der macht einfach sein ding der zieht durch ich respektiere das und ich weiß noch wo ich zum ersten mal solche kommentare gehört habe dachte ich mir so echt echt im ernst das respektierst du das das respektierst du das ist also die normalität dass man sagt ja cool feier ich der hat auf jeden geschissen stabil finde ich gut und ich dachte damals als ich jünger war als die ersten male wo sowas passiert ist waren wir ja noch selber jung da waren wir einfach 20 ich weiß noch wie ich mir so dachte bin ich bin ich ich verrückt oder sind die anderen verrückt dass ich so so ne so ne so ein kotzreiz kriege wenn ich da dran denke sorry falls ich zu laut bin dass das leute einfach über köpfe drüber steigen dass ich sowas niemals respektieren würde wenn wir über irgendwelche ami rapper geredet haben und ein ami hat sowas gemacht dann war ich derjenige der gesagt hat voll der wurm ich feiere den gar nicht mehr jetzt wo ich das weiß und dann aber andere waren die gesagt haben egal ich feiere den nein bruder ich feiere den nicht ich feiere nicht so jemanden ich feiere leute die stabil sind die zusammenhalten ich feiere das bis zum heutigen tage cello und ab die wir eine einheit sind das feiere ich ich feiere das video bietheit so lange immer mit weiter gepusht hat dass bietheit sich eine karriere aufbauen konnte obwohl er nie so ein hype auch nur ansatzweise hatte wie sie du sowas feiere ich wisst ihr was ich mein voll ekelhaft aber ich bin so froh dass ich jetzt twitch habe und dass ich dort einfach durch auch durch euer feedback weil ich hier einfach auch leute in der community habe die erwachsene menschen sind die auch schon ihr leben gelebt haben und die erfahrung gesammelt haben die mich bestärken die mir sagen ja j du hast recht ich denke auch so wie du dass ich merke so okay gott sei dank ich bin nicht verrückt gott sei dank muss muss man nicht irgendwelche verräter feiern gott sei dank muss man nicht irgendwelche überköpfe kletterer feiern weil ich scheiße auf euch erstickt an eurem erfolg schön ihr sollt noch 20 mal so viel erfolg haben gönnt ihn euch richtig ganz alleine und einsam irgendwo in der ecke genießt euren erfolg wirklich ich will nichts von eurem erfolg haben ich will keinen cent von shindy behalt dein geld ich will das gar nicht ging mir nie um kohle nie ich weiß nicht ich dachte manchmal echt ich bin verrückt aber gott sei dank irgendwie hat twitch auch dabei geholfen gott sei dank ich merke okay ich bin doch nicht verrückt es gibt nur einfach viele menschen die einfach kein rückgrat haben gibt echt viele leute die kein rückgrat haben eins kann ich auch sagen worüber ich mir sehr sehr sicher bin sind dann wird hier drauf nicht reagieren auf die geschichte weil seine vertreten schlecht gealtert kommt ich glaube nicht dass er seiner vergangenheit wieder eine plattform geben will dass das wieder in die thematik kommen könnte aber genau weil es so ist müsste er auch so den reagieren ja wie du sehen kannst bin ich da so und habe natürlich diese situation auch genutzt um euch noch mal detailliert zu erklären was sache ist und jetzt ist quasi alles raus alles starke entscheidung absolut absolut richtige entscheidung von sinan ich unterstütze ihn dabei ich hoffe diese reaction hilft auch noch ein bisschen weiter dabei den den fokus dieses gerechtigkeit empfinden wieder in die mitte zu lenken weg von dieser hexenjagd und dieser vorverurteilung und dieser selbstjustiz im internet einfach zum hack so das war einfach unrecht was da gemacht wurde und deswegen bin ich gerne dabei zu helfen vorverurteilung zu verhindern schuld muss bewiesen werden nicht unschuld merkt euch das wenn ihr gerecht sein wollt und wenn ihr richtige erwachsene vernünftige menschen sein wollt egal ob man oder frau oder was auch immer dazwischen dann müsst ihr euch euch einfach fragen was würde mit euch passieren wenn gegen euch zu unrecht solche vorwürfe wären wie würde es euch gefallen wenn ihr vorverurteilt werdet wenn die leute von euch erwarten würden beweis deine unschuld anstatt dass die schuld erstmal bewiesen sein muss und dann ist es eigentlich ganz einfach ganz einfach deswegen absolut richtige entscheidung von sinan ich finde es sehr gut und ich wünsche ihm und auch seiner familie wie gesagt dass das gut laufen wird aber ich sehe schon er hat es vor drei stunden hochgeladen das hat jetzt schon 12.000 views und das geht drei stunden das video also ich denke ich hoffe mal dass es was bringen wird mehr kann man dazu nicht sagen und ich hoffe dass die leute wenn das video rauskommt dieses stream highlight sich zu ändern schauen und das verbreiten weil es kriegt nicht jeder mit ja es gibt leute die da so voll selbstverständlich einfach sagen es ist halt wichtig es ist wichtig dass er kürzere highlights aus diesem also ich verstehe dass er das ganze rausgeschnitten hat weil ich mich finde es ist besser weil so konnten wir das auch sehen dass man versteht aus welchem kontext ist es entstanden also quasi dieser boxer hat so ein statement gemacht oder eine reaction gemacht wo er angefangen hat schon wieder zum tausendsten mal diese pedo vorwürfe gegen sinan aufzukochen und sinan hat einfach die gelegenheit genutzt und hat einfach noch mal ordentlich das ganze von a bis z aufgerollt das absolut richtig ist es es ist immer scheiße wenn andere deine geschichte erzählen anstatt du einmal selber deswegen habe ich auch damals meinen song mein leben gemacht diejenigen von euch die den song kennen wissen ja bescheid dieser song ist nie voll der krasse hit von mir geworden aber es war für mich wichtig dass ich den raus bringe weil viel zu viel scheiße in shindy seinem buch drin stand in dem beef damals habe ich auch viel unrecht erfahren weil immer wieder beef gegner von mir von marvin california bis weiß ich nicht wer alles immer mit absicht meine geschichte anders erzählt haben als die eigentlich sind das ist das ekelhafteste mittel was bei online streitigkeiten heutzutage gemacht wird aber wahrscheinlich auch schon immer ihr kennt ja dieses sprichwort die gewinner schreiben die geschichte irgendwie ist es ja so so und deswegen ist es einfach wichtig dass egal wie viele leute das angucken dass du selber einmal ordentlich von a bis z deine story erzählst ja weiß ich ja die reden so selbstverständlich davon ohne was zu wissen weil nicht jeder kriegt alles mit und es ist halt schwierig als einzelne person alle leute die jemals was schlechtes von mir gehört haben ja dass die das dass die dieses video dann schauen und dann auch bis ende gucken und dann so verständnis zeigen ja okay wir lagen falsch wer gibt gerne fehler zu leute beleidigen mich seit halb bis jahr manchmal instagram ganzen dach egal was für den sachs rechtsbewegungen telegram gruppen die meine die ex alte ja ich will ihren namen nicht sagen die hat sogar telegram gruppen geleitet und hat gegen mich gehetzt verlegt mal wir haben screenshots 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 wo sie in diese telegram gruppen diese telegram gruppe hieß das da schreiben die sich untereinander in der gruppe hat jemand kinder machen wir sind ans gesicht da rein dann kriegen wir den richtig ja die sind und fragen sich hat jemand kinder aus willst du mich verarschen da sind sachen die ihr alle vielleicht nicht richtig mitkriegt aber es sind so bubbles die entstehen telegram gruppen da adresse wird geleakt sonder einsatzkommando wie oft kamen die bullen jetzt zu mir nach hause vor paar monaten einsatzkommando wie leute haben diese notruf ausgenutzt und sagt ja sind zu hause hat das ihr wisst gar nicht was ich durchgemacht habe ich will auch gar nicht das opfer spielen ich meine meine eier sind so groß meine eier auf diese sdk beamt ihre aber wir haben das durch meine mutter ist aber nicht so wie ich was hat russ alles durchgemacht obwohl der typ noch nie in sein leben eine straftat gemacht hat ein marvin california den ich immer als mein kumpel gesehen habe den ich korrekt fand er wurde auch von belasch angelogen belasch ruft ihr euch habt ihr das video da ist ein kind zu sehen um marvin california erst mal klar verständlich er dreht durch aber hätte mich doch anrufen können wir waren doch cool miteinander paar tage bevor das ganze ding anfangen anfing so richtig hat marvin mir noch geschrieben er ist sie dann was will diese heroin fresse von dir voll der ich hab dir gesagt bruder das sind alles fake interviews glaubt dem nicht und er wusste da schon bescheid hat aber trotzdem video gegen mich gemacht klicks war wer weiß wenn da was eingeredet hat ich weiß nicht sehr traurig typisch wendingo wo war wenn ich auch sehr enttäuscht ich dachte dicker wir sind doch homies wir schreiben uns doch dann sagen die so dann sagen die so ein buschido busnitsch überlegt mal ein buschido der 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 imbegriff von nutzt diese sache um auf mich zu schießen busnitsch der selber ein video hat mit einer minderjährigen im bett habe ich mein maul dazu aufgemacht habe ich irgendwas gesagt weil ich weiß das video halas ist sieben acht jahre alt er hat sich dafür was soll er noch machen er wurde verurteilt wegen was auch immer hat ja mein ausgleich gefunden hat 60.000 strafe bezahlt oder oder keine ahnung wie die das da gemacht haben postet dann sachen gegen mich ja das video lasst das video 50 jahre alt sein mein video ist auch sechs sieben jahre alt und jetzt was heißt das jetzt geht einfach darum dass er mit dieser minderjährigen scheiße auch probleme hatte aber so wegen video in der öffentlichkeit habe ich dazu was gesagt ich habe mich da gar nicht eingemischt so und was macht buschido sinan läuft kein verfahren gegen dich und stachelt die leute an und pusht dann so ein kuchen tv die diese ganze dreck truppe pusht sich dann so die die gefallenen avengers so die die gefallenen avengers so haben sich so gegenseitig versucht so hoch zu rotzen an meiner kronung ist was meine habe ich aber was über sein video gesagt oder sonst irgendwas habe ich da rausgehalten weil sowas ich weiß ist erstens geht mich das nichts an weil das hat mit rap und so auch schon nichts mehr zu tun und zweitens kann ich den nicht verurteilen ich kann buschido nicht verurteilen für etwas auf vor sechs sieben acht zehn zwanzig jahren war vielleicht war er dann in dem moment oder danach der beste mensch oder ist zum islam kommt wieder tauber gemacht weiß jemand ob ich das bereut habe tauber gemacht habe keiner das recht über irgendeinen zu reden nur um sich selber besser zu machen aber diese leute sind nicht wie ich diese leute haben keinen charakter aber da buschido natürlich erfolgreich war king of rap war dann darf er das dann weil er hat doch goldene platten er darf das versteht ihr was ich meine nur weil ich keine goldenen schallplatten habe darf ich das mein mund nicht aufmachen wo sind wir gelandet er muss sich damit auseinandersetzen weil es sehr sehr viele menschen gibt die ihn immer damit in verbindung bringen ich könnte damit nicht immer in verbindung gebracht werden das würde meine seele kaputt machen wenn das ist naiv jeder kann also wenn du die richtigen leute als deine feinde hast kann man fast jeden mit fast allem in verbindung bringen wenn man das will ich habe euch ja damals schon erzählt stell dir mal vor du hast eine person der du vertraust so wie zum beispiel eine frau mit der du schläfst oder einen freund der so eng ist dass du ihn wie ein bruder siehst oder sogar deinen eigenen bruder es gibt auch schlimme streits innerhalb von familien gibt es alles stell dir auf jeden fall vor es gibt eine person die hat 24 stunden zugang zu dir die redet den ganzen tag mit dir die schreibt mit ihr nachrichten du öffnest dich dieser person du teilst dieser person persönliche vertrauliche sachen mit also wirst du dich auch mal ungefiltert äußern du wirst auch mal übertriebene sachen sagen die du eigentlich gar nicht so meinst soll man bitte keiner so scheinheilig tun als ob man alles immer so bitter ernst meint was man sagt überlegt mal allein schon als kinder wenn ihr von eurem vater hausharrest bekommen hat oder was weiß ich wenn ihr euch über den geärgert habt habt ihr bestimmt auch in eurem zimmer über den so geflucht so ein arschloch bla bla irgendwas habt ihr hundertprozentig gemacht oder eure mutter schimpft ihr habt bestimmt auch mal über eure mutter als teenager geflucht oder sowas für euch ganz allein in eurem zimmer stell dir vor ihr seid mit eurem bruder zusammen und der hört es stell dir vor ihr seid später erwachsen und habt so eine situation mit irgendeinem anderen thema ihr redet schlecht schlecht über euren chef oder ihr arbeitet in dem kindergarten zum beispiel und flucht über die kinder wisst ihr wie viele lehrer ich will jetzt echt nicht so reden wie wisst ihr ich arbeite an der schule wisst ihr wie viele lehrer manchmal schlecht über über die kinder reden wenn die kinder nicht dabei sind das ist zwar ekelhaft aber wenn es unter vier augen passiert ist es dem seine sache deswegen stell dir vor alle menschen könnten gedanken lesen wir würden uns morgen alle umbringen alle wir würden uns alle umbringen übermorgen würde es die menschheit nicht mehr geben weil wenn jeder jeden privaten gedanken von jedem anderen menschen mitbekommen würde wäre überall mord und totschlag weil wir oft über die grenzen hinaus ekelhafte sachen für den moment äußern aber wir meinen das nicht so wir lassen manchmal einfach dampf ab versteht ihr was ich meine und deswegen jeder von uns äußert irgendwann früh oder später irgendwelche sachen und 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 die sind nicht wörtlich gemeint und es ist nicht fair diese sachen zu nehmen man könnte jeden mit allem in verbindung bringen auch ihn mit solchen sachen jeden bleibt nur lang genug an jemandem dran warum gibt es geheimdienste warum hören leute handys ab warum warum spionieren sich staaten gegenseitig aus genau aus dem grund was ich gemacht hätte wenn ich so was ich gemacht hätte aber ich werde abgestempelt als du hast dankengänge ich hätte damit ja ja ich hätte damit zu kämpfen bis die sache nicht geklärt ist ja was meinst du was ich hatte die letzten monate meinst du das war ein zuckerschlecken für mich das war alles andere als ein zuckerschlecken wissen ich will wollte nicht wissen was ich oder meine familie durchgemacht haben was für probleme das mit sich gebracht hat überlegt mal ihr erinnert euch doch noch dass amadu gesagt hat senna spielt mit meinem brot das ist mein brot ja auch so eine kleine sache was für mich klein war so ein aufruhr gemacht sponsoren springen ab ja was macht ihr denn mit so ein video janni was ist denn mit meinem brot mein brot ist egal jeder darf über mich behaupten was er will janni was ist denn mit mir darf ich kein geld verdienen soll ich kein geld mehr verdienen soll ich wieder überfälle machen wie früher soll ich leuten die tür eintreten das einzige was denen einfällt sind kriminelle sachen er denkt nicht so soll ich wieder arbeiten gehen nur kriminelle sachen ein richtiger gangster aber ich weiß was er meint das ist das habe ich ja auch gesagt was erwarten die leute jetzt eigentlich von ihm soll er sich jetzt umbringen oder was soll er sich jetzt auf dem boden legen und und warten bis 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 es vorbei ist oder was das fand ich auch so ekelhaft der darf nie wieder ins internet der darf nie wieder in die öffentlichkeit warum weil er einen fehler gemacht hat deswegen darf er nicht wieder in die öffentlichkeit ja aber das ist kein spaß aber es war ein fehler es war ein fehler es war dieses facetime telefonat sonst hat ja niemals jemand was anderes gesehen schlimmer fehler ja aber ist ja auch jetzt nicht so dass er nicht dafür gebüßt hat der wurde zwei jahre lang durchs internet geritten wie weiß ich nicht was leute haben über sinan schlecht sinan ist nicht rambo ja niemand ist unbesiegbar von uns jeder ist bar und keiner ist der krasseste aber sinan ist kein fisch da haben leute im internet über ihn witze gemacht die hätten sich das sonst niemals getraut weil die schiss gehabt hätten mit ihm ärger zu haben aber in der sache plötzlich hat jeder eine große fresse gehabt jeder hat sich getraut auf dem rum zu tanzen weil weil die menschen so sind wenn einer am boden liegt dann tritt man gerne auf den ein schön drauf auch verachtenswertes verhalten ich hasse solche leute ich hasse leute kennt ihr das ist so es gibt so ein typ den habe ich damals mit wo war haben wir den so definiert das ist der aus dem weg fahrenden auto beleidigende typ kennt ihr solche leute die beleidigen dich aus dem fenster vom auto während das auto weg fährt ihr habt zu ärger mit jemandem an der kreuzung man hat sich vorfahrt weggenommen oder oder spure geschnitten und man steht an der ampel noch nebeneinander und man guckt sich so böse vom auto an aber erst wenn ampel grün wird und beide autos losfahren der andere eine fährt so und der andere geradeaus dann macht der fenster du so von weitem wenn ich so kleiner gerade eben hast du keine große fresse gehabt wo man türe an türe war und genau so war das bei ihm auch weil ich hasse solche leute bei mir ist so ich wirklich real talk ich habe nie so getan als ob ich der krasseste wäre aber ich bin kein fisch ich habe immer ich habe immer eier gehabt ich habe immer öffentlich streit ausgetragen aber ich habe nie unterschiede gemacht und ich habe auch nie irgend jemanden für mich dann geschickt der für mich irgendwas regelt nie wenn ich etwas sage dann sage ich ist der person auch öffentlich ins gesicht auch face to face und wenn ich das nicht face to face sagen würde dann sage ich es gar nicht rausziehen die leute denken ich bin schwach ja weil ich lustig bin aber ich bin alles andere als schwach die reden von brot kaputt machen was mit meinem brot so ein video schadet mir also nicht wo leute kommentieren ich bin dies ich bin das was mit meinem brot schwöre auf koran wo ich wo ich im auto hatte und leute besucht habe lag lasst mich nicht reden und leute wollen mir denken ich bin schwach geworden ich küss dein erz oder und viele von euch wissen dass alle wissen das und bei allah bei allah ich habe viel zu wenig hackt bekommen für das was ich in den letzten jahren auch gemacht habe leute machen heute tour konzerthallen voll durch wen durch mich ich habe die groß gemacht ich habe investiert ich habe die ich habe an die geglaubt und der dank war ich habe es alleine geschafft das ist das business leider ja 100 prozent wie oft habe ich das erlebt alter wie oft habe ich das erlebt ihr könnt euch das nicht vorstellen wie oft ich das erlebt habe wie oft leute zu mir gekommen sind und am anfang saßen die vor mir als die mir vorgerappt haben die haben mir an den lippen abgelesen die haben bei allem auf mich gehört ja jay du hast recht ja wie würdest du das machen wie findest du das findest du ich sollte diese text seile so und so rappen jay wie machst du das da und da hey jay ich würde voll gerne bei dir auf den auftritt mit kommen ich kann dich auch backen hey jay video drehe ja klar ich würde gerne mit jeder hingehen bla 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 und dann paar jahre später nachdem ich denen geholfen habe die ein standing bekommen habe ich den verholfen habe zu deals vertriebsdeals dies das plötzlich sind als als ob die sich selber erfunden haben die haben sich selber erfunden die haben sich selber erschaffen ich war schon immer bla 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 oder verpiss ich unglaublich undankbare schmocks aber karma regelt karma regelt gott liebt die geduldigen ist wirklich so ich bin ich bin stolz dass ich mein album damals so genannt habe weil das ist wirklich so gott liebt die geduldigen am ende kommt alles so wie es kommen soll mit k bin ich heute gut da wo schau schau mit wem ich heute gut bin und mit wem nicht da ergibt sich ganz automatisch eine rechnung die du dir selber machen kannst schau wie viele leute dachten dass die schlauer sind als ich wie viele leute dachten dass die schlauer sind als ich wie viele wie viele haben den krassen business move gemacht und sind dann über meinen kopf drüber gestiegen und wo sind die jetzt wo sind die denn jetzt unter meinen eiern da habe ich die drauf geschrieben traurig aber war haben sich verpisst haben einen allein gelassen bis heute keine nachricht mehr als sie kein geld hatten für ihre blitzer zu bezahlen übrigens sowas gibt es mit meinem auto ich habe den brief dabei ich will nicht über geld reden ich tue was ich für ein bruder tun muss oder wenn ein bruder den ich liebe versteht ihr was ich meine man merkt richtig wie es ihnen so ein stein vom herzen gefallen ist man sieht so richtig wie er so ein bisschen befreit lacht voll krass alter so und für die ganzen verschwörungstheoretiker die meinen dass wir kind im keller trinken und wir sind ja so teile einer verschwörung dieses auge hat nichts damit zu tun ja dieses auge ist für horne weil er nicht weil er nur ein auge hat es hat nichts mit den illuminaten zu tun ich kann euch jetzt schon beruhigen bevor es wieder irgendwelche telegram gruppen gibt habt ihr gesehen die haben über das eine auge geredet namens ohne hornauge alter dass das krasse ist ihr lacht so ne aber es ist halt wirklich so die glauben diesen scheiß wirklich guck mal habe ich euch mal erzählt ich habe doch eine zeit lang auch regelmäßig immer wieder auf tiktok gestreamt und ich habe immer wieder diesen ex muslim und seinen bruder gesehen kennt ihr den amir ex muslim und seinen bruder resa heißt er und dann irgendwann habe ich mal bei einem stream zugeschaut von seinem großen bruder resa heißt er okay und der hat mit so anderen leuten darüber geredet dass die denken dass deutsche rapper von den illuminaten das ist wahnsinnig aber das haben die einfach die glauben es einfach wirklich dass in deutsch rap die illuminaten die die bieten dir so einen vertrag an quasi also du unterschreibst einen vertrag mit den illuminaten mit dem teufel und dafür wirst du dann erfolgreich okay und während die das geredet haben ja der tilmann knechtel der trau kein promo ist ja der größte da drin der glaubt ist ja komplett und und während die das geredet haben habe ich bei zugeschaut bei tik tok und und ali boomer hier auch und die leute die haben das halt gesehen also die haben gesehen dass wir da zuschauen und und dann haben die das so weiß nicht vorgelesen oder so die meinten halt so ja jesus und ali boomer hier sind auch da vielleicht können die ja mal sich dazu rechtfertigen oder sowas und ich glaube ali boomer jetzt gleich wieder rausgegangen aber ich ihr kennt mich ja ich gehe keiner debatte aus dem weg ich habe diese anfrage angenommen dann haben die mich hochgezogen und dann wollten die mir beweisen dass die meinten so gibts doch zu dass du ein vertrag also was soll mir denn dieser krasse vertrag gebracht haben bin ich irgendwie millionär geworden oder sonst irgendwas und da meinte ich woher kommt es überhaupt da meinten die ja die ihr verratet euch alle weil ihr seid ihr werdet gezwungen ihr müsst die symbole machen von den illuminaten in euren videos zb die haben dann gesagt das haftbefehl so gemacht hat so und das ist ja dieses eine auge und dann sagen die zu mir ja du hast es auch gemacht ich so ich so ich so mal ja dann sagt nein guck mal und dann haben die dieses bild hier raus gesucht von mir wo nicht wo ich eine kapuze an habe bei der single mit tun und weil hier der schatten weil hier der schatten über die hälfte von meinem von meinem gesicht fällt und man nur das eine auge sieht sagen die mir ja das ist mit absicht so gemacht das ist die ein augen pose dicker da denkst du dir auch alter wie viel muss man kiffen wie lange muss man das fenster nicht mehr gelüftet haben wie viel muss man gesoffen haben wie oft musst du auf deinen kopf gefallen sein damit du so einen scheiß glaubt das ist echt unglaublich was die was die glauben nicht mehr normal wegen einer kapuze weil der schatten von der kapuze so gefallen ist unglaublich mock war ich feier illuminate mock ist wahrscheinlich der einzige der den vertrag wirklich schon eingegangen ist was glaubt ihr warum noch nicht mehr in deutschland ist ihr glaubt morgen ist in der türkei morgen ist nicht in der türkei morgen ist in zion und wenn die das entkräften dann freue ich mich für sinan wenn dies nicht entkräften möchten wir mit sinan nichts zu tun haben das auch nicht böse gemeint oder irgendwas ich glaube der wird das auch verstehen wenn er das sieht und wenn er ehrlich zu sie selber ist das ist für uns für uns enorm es gibt einfach dinge ja ja verstehe ich ich würde auch mit keinem zu tun haben wollen der sowas im raum steht oder was auch immer kann ich auch verstehen hundert prozent ja deswegen sag ich dir muss man kein video machen kann man anrufen so keiner will mit irgendwen zu tun haben der auf kinder steht sonst irgendwas da sind wir dass die universelle ja auf der einen seite verstehe ich auf der anderen seite verstehe ich es nicht weil also bevor ich überhaupt glaube dass der was damit zu tun hat will ich erst hieb und stichhaltige beweise sehen wenn mir jemand den chat schreibt der und der hat das und das gesagt oder gemacht dann will ich erst dann will ihr kennt mich ja mittlerweile wie ich bin dann sage ich euch ja immer okay woher weißt du das zeigt mal wo kann man das sehen gibt es dafür einen beweis bevor ich überhaupt er und das gilt natürlich erst recht für freunde wenn mir jetzt einfach irgendeiner erzählt hey mock malt illegal graffiti pieces er der geht und begeht sachbeschädigung an ubahnen an s bahnen bevor ich das glaube und dann natürlich auch logischerweise den kontakt abbreche weil ich bin ja gegen sachbeschädigung will ich erst hieb und stichhaltige beweise dafür sehen dass mock sowas macht weil ansonsten vorverurteile ich ja das ist ja klar ich meine sachbeschädigung wir verurteilen hier alle sachbeschädigung wir sind hier alle ganz klar gegen sachbeschädigung und da sind wir uns glaube ich alle einig das geht natürlich gar nicht regel von uns allen das ein kodex und bevor hier einer sagt hier die sind für den kinderschutz habe ich mir wissen alle für den kinderschutz habt ihr gedacht wir sind gegen den kinderschutz ihr seid für den kinder was soll das überhaupt sein was ist das so stell dir vor so eine vereinigung gegen kinderschutz wir hassen einfach kinderschutz wir wollen nicht dass man warum werden die kinder so gut beschützt das geht nicht so weiter die treffen sich so die machen so eine besprechungsrunde an so einen riesigen tisch was können wir gegen den kinderschutz machen so geht es nicht weiter kinder sind einfach viel zu gut geschützt so ein scheiß so was besprechen wahrscheinlich noch nicht mal echte pedos die besprechen wahrscheinlich einfach nur wo wer welche festplatte mit irgendwelchen ekelhaften pornos herkriegt kinder anti kinderschutz die gegner davon ihr habt noch nie was für den kinderschutz gemacht außer videos und scheiße labern interviews faken ihr seid gescheiterte lag ihr seid gescheiterte gangster lang ihr habt als gangster nicht mal weit geschafft interviews faken beweise faken lügen erfinden ich küsse dein erst wenn die im raum stehen und die sache nicht geklärt wird dann ein anderes beispiel auch wenn wir alle ein sauberes leben führen manche von uns haben eine andere ich habe eine ganz andere vergangenheit wie du ich habe eine eine viel bewegendere vergangenheit was so das straßenleben angeht und bei mir hat eine sache nicht geändert in meinem leben wenn mir unterstellt werden kann dass jemand aus meinem umfeld ein zinker ist muss diese person das entkräften ansonsten sage ich der person wir können keine brüder mehr sein und das ja da ist doch die antwort im satz drin wenn mir das unterstellt werden kann kann ziehen an unterstellt werden dass er ist nein das einzige was ihm unterstellt werden kann ist dass er diesen unterstellen ist jedes falsche wort er hat das falsche wort verwendet eigentlich müsste man sagen wenn es mir nachgewiesen werden kann wenn es einen aus meinen kreisen nachgewiesen werden kann dass er ein verräter ist dann muss er das entkräften unterstellen kann man erst mal jedem alles ich kann jedem alles unterstellen jedem ich kann auch ich kann ihm auch unterstellen ja in wahrheit ist es nur eine perücke oder er hat hier drunter eigentlich gar keine haare unterstellen kann man alles aber wenn es nachgewiesen werden kann ich habe also hier beweis xy zum beispiel sinan konnte nachgewiesen werden er hat wirklich diese sachen in diesem telefonat gesagt dann das einzige was sinan entkräften muss ist erst mal warum hast du das gesagt und sinan sagt ja ich habe das gesagt aber es war so und so und so und so damit man daraus jetzt dann aber sagen kann nein aber das reicht mir nicht ich will jetzt unbedingt ich will jetzt dass wir den der darf nicht mehr an die öffentlichkeit der muss jetzt der muss für immer der muss in knast und blablabla dann musst du aber erst mal das gegenteil beweisen dann musst du ihm beweisen doch der hat es so gemacht gemeint der ist wirklich ein pedo und hier gibt es noch ein fall und noch ein fall und hier da war das kind und der hat sich der hat das kind gesucht oder der hat das kind angegangen und 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 wenn du diese sachen nicht hast dann halt's maul weil dann bist du dann machst du dich selber zum richter eines gericht in dem keine beweise gelten wie gesagt und schuldsvermutung gilt nicht schuldsvermutung wollte gerade sagen bei unterstellungen ist der himmel die grenze ja ich habe aus versehen sein seine seine fehlartikulation mitgemacht unterstellung ist das falsche wort das hat er selber falsch gesagt das einzige was man jemandem aus seinem umfeld in sachen verrat ich meine redet natürlich von so street niveau trotzdem du wirst bitte auch auf der street ist auch nicht anders jeder von euch im chat der irgendwas mit street zu tun hat weiß es ganz genau alter wenn es nur noch unterstellungen gehen würde dann müsstest du jedem zweiten auf der street direkt nur weil irgendjemand irgendwas behauptet das wäre einfach der trick dann gehst du einfach zu deinen feinden und behauptest einfach über alle dass sie verräter sind schon hast du deine gegnerzahl halbiert das geht ja nicht du musst ja irgendeinen hieb und stich festen beweis haben hier habe ich deinen kumpel xy erwischt wieder das und das macht hier schau ist eine kamera aufzeichnung oder ein gespräch von ihm oder hier bezeugt der und der oder hier siehst du eine überweisung oder was weiß ich wenn alles nur auf unterstellungen basiert dann kommt so eine scheiße raus wie bei sinan nicht ein kodex sache oder irgendwas dass eine prinzips sache dass nichts mit verrätern zu tun haben möchte weil der ja hat er recht wir wollen mit verrätern nicht zu tun haben das ist ein straßen kodex 100 prozent zinker gehören nicht zu uns aber es kann ja nicht einfach irgendeiner kommen und dann kommt der zinkt genau und der soll da beweisen dass er nicht zinkt der der das sagt ein zinker ist muss beweisen dass er ein zinker ist dann kann ja jeder kommen wisst ihr was ich meine das ist das ding der mann der jemand anderes verrät der wird auch dich für den richtigen preis aufraten 100 prozent und das sind so geschichten es gibt manche dinge die muss man entkräften können die muss man entkräften können weil das sind dinge die sind gegen die moral das sind dinge die leute die unterstellen können und die einzigste möglichkeit sowas zu entkräften ist jeden sein einzigste gibt es nicht bruder da hilft kein statement oder irgendwas da muss ein maul gestoppt werden und in seinem fall sehe ich nur eine möglichkeit das muss gerichtlich geklärt werden bei ihm so ein vorwurf und da muss er am ende des tages ins internet kommen können da wo das ausgetragen und angefangen hat ins internet kommen können und sagen guck mal hier schwarz auf weiß mein gerichtsurteil da muss die sachen verschwärzen die mit der kann und sagen hier ist mein gerichtsurteil ich wurde dafür freigesprochen und genau das werde ich in diesem highlight video machen ihr kriegt es wie das ding warm rein und dann bin ich mal gespannt wie viele leute sich dann entschuldigen kommen oder mir dann bin ich auch gespannt folgen was ja auch okay ist ich habe gesagt ich wäre auch wütend wenn ich diese ganzen stories hören würde und die ganzen lügen und das macht man mit dir dann macht man mit deinem lirn ist ja auch so und jetzt kann ich euch die wahre geschichte erzählen das würde auch für ihn selber für ihn selber wäre das ein maximaler game changer alle leute die vorher gebächt haben müssen mit kopf runter gehen er werden eine position ja ja während die ganze leute hat ja auch viele freunde sie an vor dem weg gegangen aber aber die werden jetzt alle sagen nein welche freunde sind von mir weg gegangen also weiß nicht also enge brüder habe ich nie verlassen nur leute aus der industrie so bisschen bekannt die haben so nichts gesagt und nicht distanziert weil die nur ihr eigenes brot schützen wollten und angst hatten dass auch was über die rauskommt oder was auch immer ich habe auch mit vielen leuten privat geredet ihr bruder aber was wenn diese leute auf mich gehen und haben die rumgeheult ja das habe ich auch auf mich würde es auch sehr freuen liebe friends der russ hat auch so viel scheiße wegen mir erleben müssen obwohl er nichts getan hat überlegt mal ein ein kuchen tv der letzte dreck ein supporter der afd behauptet dass ein mittäter ist überlegt mal was das für aussagen und die ganze rechten bubble diese filme machen mit ja ja diese moslems ja viel guck mal der prophet von denen er hat ja auch ein kleines kind so und so gemacht alles lügen direkt ich habe keine ahnung die haben einfach nur das benutzt noch den islam schlecht zu machen stach wurde la wie die über unsere beten reden wir haben das ausgenutzt und so ein kuchen tv trotzig zu reden tut mir einen gefallen später geht bitte alle rüber zu russ auf instagram oder schreibt ihr mal eine geile nachricht dass wenn cooler typ der ist der wird auch viel viel durch den kakao gezogen und man ja macht es auch mal alle schreibt man alle russ parallel hierzu eine nachricht dass cooles durch die ganze thematik mit viele kriegern oder russ musste gegen zehn leute gleichzeitig kämpfen wissen was ich meine so der ist ein richtiger ehren abi und er ist ein richtig gutherziger mensch und das hat er auch nicht verdient alter deswegen tut mir einen gefallen später geht man rüber zu russ auf jeden fall und schreibt den mal auf jeden fall irgendwie so ein herz irgendwas ihr wisst selber was für guck mal was für probleme wir hatten russ lag im sterben alter wir haben so viel scheiße man ich habe bin gegen eine u-bahn gefahren digger dann kam diese scheiße was habe ich nicht was haben wir in meiner familie nicht letzten jahre durchgemacht und da brauche ich euren support aber ich rede von support nicht diese billig das stimmt ziehen an ist einfach gegen eine u-bahn gefahren ich unterstütze nein ich brauche einen richtig krassen support von meiner community dicker damit wir die leute sabotakt danke für deinen geschenks ab an flexa 7 ich küsse dein herz vielen dank um alle rasieren können dann brauche ich euch ohne euch geht das doch gar nicht weiß was ich meine so einfach ist das nein 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 das meint schon kurat mein bruder guck mal die leute die von mir weg gehen wenn ich so eine unterstellung sehen habe und ich das nicht direkt mein kummer ich hätte so eine unterstellung gegen mich ich könnte ihm morgen sagen die sprachnotiz weiß oder weiß nicht ich werde auch sagen wo ich war wo ich so eine sprachnotiz geredet habe es ist scheißegal was für schweinige schweinige sachen du mit irgendeiner frau geht es oder in anderen fällen mit irgendeinem anderen mann redet oder mit irgendeinem anderen das redet ist scheißegal aber bruder kinder thematik so so wörter aus meinem mund ich werde dir heute sagen können das war ich oder das war ich nicht aber sinan hat doch gesagt dass er es war ich verstehe nicht mal den punkt er ist sie dann hat doch schon schon bei dem letzten statement gesagt dass er es war das dreht sich echt im kreis ja das stimmt wird hier sagen bruder das ist meine stimme aber das habe ich nicht gesagt wir müssen der sache aus auf den grund gehen ich hätte vielleicht um dasselbe aufzuklären eine schwelle polizeigang ich hätte das unmögliche mich gemacht ich hätte gezinkt gegen mich selbst anzeigen gemacht damit richtig ich hätte selbst anzeigen gemacht damit richtig ermittelt wird wenn das nur zur information nur ich war bei dem bullen um das auf der auf den grund zu gehen ja und auch für euch noch mal zum verständnis die alte die ja diesen scheiß verbreitet hat weil die ja kopfig hatte weil ich ja mit anderen weibern bin oder was weiß ich was für psychische probleme sie hatte ich kannte nicht mal ihren nachnamen ich wusste nicht mal wo die wohnt wir haben die mit einem privat detektiv über eine person die sie kontaktiert hat haben wir die erst mal gefunden jahre später jetzt nachdem die ganze action von ihr war und wir waren selber bei dem bullen und haben das zu dem bullen gebracht die anzeige die anzeige die gegen mich lief das war ja keine anzeige von ihr das war eine anzeige wegen der öffentlichen interesse und wir konnten die ja nicht direkt anzeigen wir haben erstmal anzeigen unbekannt ich kannte nur den vornamen und hatte nur noch ein so ein foto jetzt habe ich noch andere videos von der gefunden auf so ein anderes handy das ist so ein anderes thema naja da gibt es hier ramba zamba mit der aber da konnte ich ja nichts machen und da bin ich ja selber zu den bullen gegangen wie sieht es aus läuft hier da so 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 steht ihr was meine das habe ich gemacht nur so zu info für dich ich hatte alles versucht um aufzuklären dass das hier ein weg ist wenn es einfach ist glaubt mir ich kann euch gar nicht erklären wie es gefühlstechnisch wie es mir da ging nur die wenigsten wissen das wie ich mich am telefon angehört hat decke als ob ich kurz vorm sterben bin mann alter ihr wisst gar nicht was für selbstgedanken ich hatte hauptsache diese scheiße hört auf hauptsache ich sehe meine mutter nicht mehr weinen versteht das glaube ich auf jeden fall ich meine und dann gibt so dreckige menschen die dann kommentieren ja der sinan hat das doch zugegeben was habe ich zugegeben was habe ich zugeben genau wie dinkstums jamila gerade wieder ja der sinan hat doch zugeben dass eine zweijährige geil fand wann habe ich sowas zugegeben wann habe ich über ein zweijähriges mädchen geht wann habe ich gesagt das mädchen ist zwei oder ich finde ein kind geil oder sonst irgendwas es war dann habe ich sowas gesagt wann habe ich sowas gesagt ich habe mich entschuldigt für dass ich diese worte gesagt habe die auch wirklich die wurden so heiß gekocht egal wie ich euch vorhin gesagt habe so netflix-doku das ist aber nachfolgen so ich habe mich für die worte entschuldigt dass ich gesagt habe weil die das selber wollte ich habe darüber nicht nachgedacht in dem moment ich hätte nicht ahnen können dass ich fünf sechs jahre später mich für irgendwas rechtfertigen muss ne und vor allem hätte er auch nicht ahnen können dass er dabei aufgenommen wird wenn man was er in seinem sex ding macht ist seine sache das ist das ist geht mich nichts an das ist mir auch scheißegal aber wenn ich nur bei mir denke wenn mir wenn mir bei mich jemand aufnehmen würde wenn ich in voller geilheit mit irgendeiner frau irgendwas mache und dann da im rausch die sagt mach das oder mach das und ich mach das und währenddessen nimmt die mich auf da würden auch irgendwelche sachen rauskommen mit sicherheit die mir peinlich sind vielleicht nicht sowas vielleicht was anderes vielleicht was anderes was für mich aber auch voll peinlich ist alter wie viele wie viele männer machen irgendwelche sachen guck mal ich sag euch mal ein anderes beispiel geh mal weg von sowas von so dirty talk es gibt auch viele es gibt auch viele männer die haben irgendwelche bisexuellen fantasien wie viele männer gibt es die sowas insgeheim haben sehr viele stellt euch vor bei einigen würde das rauskommen was mit denen dann los wäre und es noch nicht mal halb so wild wie sowas 5 jahre mal 6 jahre mal gesagt habe wissen was ich meine aber dann sagt man ja guck mal er hat doch in entschuldigung ich hab letztes mal so ein kommentar gesehen ey der sind dann ist kein so dies das dann einer schreibt drunter doch er hat doch zugegeben und dann wieder zugegeben guck mal wie man die wörter verdreht und das übel wie man einfach lügen weiter verbreiten kann und das ist eure aufgabe das ist eure aufgabe community jeder der hier mit zusieht der wirklich mich gerne dass sie bei solchen kommentaren und bei solchen leuten wirklich auch bei tik tok überall dampf dampf macht und gas gibt und den leuten ihre mäuler stoppt versteht ihr was ich meine das ist das ding und das aber eine kleine kleine sache muss ich vorstellen und damit gesagt nee nee so lassen wir auf jeden fall nicht stehen ja mann stimmt das ist auch so eine sache jack pumpkin kack kack echt heißt es kack holding ich habe es irgendwie anders so männer die so fantasien haben dass sie ihre frau von anderen männern bumsen lassen alter denkt mal an p diddy was da jetzt rausgekommen ist bei ihm mit cassie der hat nicht nur die fantasien gemacht er hat das wirklich machen lassen der hat sie mit anderen männern bumsen lassen vor sich wie viele menschen namen irgendwelche fantasien irgendwelche kings dickerchen bei uns heißt es da youth egal wie das heißt nimm mal dieses thema religion davon weg dass es sexualität ist hat nichts mit religion zu tun menschen sind versaut wenn wir geil sind und da sind männer wie frauen alle beide gleich crazy so wenn wir in rausch sind wenn wir in ekstase sind wir machen echt absurde sachen genau so wie ralf sagt es gibt eigentlich fast nichts was es nicht gibt gibt fast nichts was es nicht gibt vielleicht vielleicht ist direkt mein nachbar vielleicht beleidigen die sich als beim sex als was weiß ich was ziegen amser oder keiner oder irgendwas was mich beleidigt kann sein aber solange dies in ihren vier wänden machten was interessiert es mich stell dir vor meine nachbarn mögen mich nicht und beleidigen sich beim bumsen mit du ekelhafter glatzköpfiger bla oder du dreckiger griechischer bla wenn die das unter sich machen ist doch mir scheißegal die können mir sogar danach wenn die rauskommen hoffentlich vor hände gewaschen ganz normal hallo sagen aber stell dir vor die streiten sich jetzt untereinander und die frau nimmt diese aufnahme von dem mann und gibt sie dann mir guck mal jay was der über dich sagt und dann soll ich aus dieser aussage dann irgendwie klar kann sein ich habe danach kein bock mehr auf den ist auch jedermannsrecht ich habe ja auch immer gesagt wenn leute diese aussagen von ziehen an hören und angewidert sind von ziehen an und mit dem nichts zu tun haben wollen ist dein recht ist dein recht dann guck ihn nicht mehr dann guck nicht mehr seine streams guck doch nicht mehr seine highlights aber tu doch bitte nicht so als ob der einem kind was angetan hat es geht zu weit wenn du es ekelhaft findest dann guck den ab jetzt nicht mehr bei mir ich sehe das so er ist scheiße gelabert ist rausgekommen ist ultra peinlich voll schlimm was mit der familie passiert ist aber ist doch irgendwann dann auch okay der typ hat genug gelitten dafür der hat das ist wahrscheinlich das was der die letzten zwei jahre deswegen durchgemacht hat der ganze hass die drohungen die familie die involviert wurde das ist ja schon fast wie eine richterliche strafe gewesen also ich glaube der hat dieses facetime gespräch doppelt und dreifach bezahlt ich glaube sinan wird nie wieder dirty talk über handy machen in dem leben ja genau und die leute haben eh hast du recht akira die die leute haben sie nicht durchgezogen die haben doch trotzdem seine streams geguckt weil sinan trotzdem ein unterhaltsamer typ ist selbst in den shitstorm haben die leute seinen stream geschaut klar sind seine zahlen runtergegangen ist mal abgesehen davon dass die bei allen runtergegangen sind aber trotzdem haben ihn leute weiter geguckt an sinan wir haben alles gesagt was wir sagen müssen glaube ich oder wir haben alles gesagt was wir sagen müssen der albaner mit der mütze ist richtig lustiger kerl war er ist richtig lustig meint ihr der würde sich auch trauen vor mir zu reden das war was hat er gerade gesagt sollte ich von metall bereichen ferne das ist auch so also ich muss sagen eine sache finde ich absolut entlarvend ja diese guck mal diese das ist halt echt ziehen an sein pech muss man halt einfach sagen es ist natürlich auch sinans fehler oder auch dummheit ist es einfach ziehen an war viel zu naiv dass er damals irgend so ein sex talk mit einer frau auf facetime und sowas gemacht hat ich glaube jeder von uns wird in zukunft die lehre daraus sie niemals solche sachen übers telefon zu machen und sie dann hoffentlich auch aber da wurden einfach random irgendwelche sachen aus sinans intimen sexleben raus an die öffentlichkeit geholt und dass die leute über diese äußerung geurteilt haben ist ja eine sache okay wirklich ist eine sache und das sind halt ekelhafte äußerung egal wie privat es ist egal wie sehr das niemanden angeht aber in dem moment wo es dann öffentlich wird dafür musste er sich gerade machen hat er aber auch gemacht aber eine andere sache die ich absolut entlarvend finde ist diese sache mit diesem silversurfer dildo hahaha metall und ich denke mir so die ganze zeit ne ich weiß nicht mal ob das stimmt ich kann das gar nicht beurteilen weil da waren auch so viele sachen die so zusammengestellt waren aber selbst wenn es so wäre also was seid ihr jetzt seid ihr jetzt kinderschutzkämpfer oder seid ihr einfach nur homophob was juckt es dich denn wenn ein mann irgendwas mit seinem arschloch macht wie viele männer machen das da draußen halt deine schnauze und mach mir nicht so als ob nicht wahrscheinlich und unter euch selber jeder zweite oder so irgend so ein film hat so ein fetisch geh mal geh mal zum puff und frag mal eine prostituierte wie viele kennix das geil finden oder wir sind im jahr 2024 lass diese homophobische scheiße stecken im wahrsten sinne des wortes stecken was sollen diese witze sind wir sind wir echt immer noch so rückständig dann selbst wenn sich jemand was in seinen arsch reinschiegt dann und das problem ist was die leute nicht verstehen ist machst du darüber witze dann fütterst du homophobie und mit homophobie habe ich ein problem ich habe ein problem mit homophobie weil das ist diskriminierung von minderheiten und ich bekämpfe jede diskriminierung von minderheiten nicht nur die gegen mich auch die gegen andere mit minderheiten thema empathie ihr wisst bescheid ich setze mich für meine schwarzen geschwister ein ich setze mich für meine muslimischen geschwister geschwister ein und ich setze mich auch für meine homosexuellen geschwister ein für alle wir sind alle geschwister sind alle menschen niemand sucht sich aus so auf die welt zu kommen wieder auf die welt kommt und homophobie ist beschissen homophobie ist mittelalter steinzeit lass die kacke weg sei du doch nicht schwul schieb du dir doch nichts in deinen arsch rein aber lass doch den anderen so leben wie der will wenn du daran glaubst dass das sünde ist und verurteilenswert dann lass das doch gott mit ihm klären bist du gott oder was jeder ist für sein eigenes leben selber verantwortlich lasst diese vorverurteilerei dieses richter spielen leute schwingen sich da im internet zum verteidiger vom glauben oder von sonst irgendwelchen moralischen werten waren wer seid ihr dass gott euch braucht um seine regeln zu verteidigen wie arrogant was glaubt ihr wer ihr seid macht du doch das richtig macht du es doch so wie du es für richtig hältst lass doch den anderen so machen wie der will wir sind 2000 wir sind 2024 akzeptiert mal die realität wir haben tattoos manche am piercings andere stecken sich was in ihren arsch rein andere sind todesfromm die machen gar nichts andere waren kriminell waren im knast manche haben religion konvertiert jeder so wie der will manche heiraten jemand nicht von ihrer eigenen herkunft stell dir vor oh mein gott mein gott alter so hängen geblieben das ist richtig bescheuert ich glaube ich habe alles gesagt was man sagen muss ich habe euch jetzt auch dem hintergrund von dem telefonat mit dem mädchen erzählt wie es dazu gekommen ist worum es da eigentlich ging und verbreitet das ja ich küsse herz ich werde diesen stream natürlich auch das papier stück einblenden den jungs werde ich das auch zukommen lassen schon für der hintergrund ist euch jetzt klar von dem gespräch ich hoffe ihr habt alle endlich gepeilt und verbreitet das auch bitte dass jeder das weiß und macht die leute mundtot die irgendeine andere scheiße labern ich küsse euer herz ich bin gespannt auf die jungs ob die wie die darauf reagieren werden auf diesen vier stunden stream ich hoffe die machen gerne acht stunden antwort darauf ja krass auf jeden fall ich hoffe dass die jungs auf jeden fall noch mal kürzere highlights da rausschneiden ich fand es ganz gut dass wir über alles mal so drüber gerollt sind wie gesagt die sache mit senat und der background mit den zwei jungs bei ihm im stream das war jetzt nicht unser thema aber die ganzen anschuldigungen gegen sinan und diese vorverurteilung diese hexenjagd die letzten jahre wir waren ja echt extrem involviert da drin und haben immer mit gekämpft für uns schulds vermutungen für schutz von vor vorverurteilung und gegen diese online justiz und vor allem gegen diese ganzen ekelhaften opportunisten die einfach nur ihre chance gesehen haben für unterschiedliche sachen cloud chasing um rechtsextremismus zu verbreiten islam feindlichkeit zu verbreiten kann hass zu verbreiten die eigene reichweite zu verbreitern einfach ihn persönlich zu schaden weil man ihn nicht mag oder weil man russ und ihn nicht mag so wie zum beispiel im fall von bushido und 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 deswegen also ich wir haben schon genug dazu gesagt ich sage nur abschließend absolut richtige entscheidung ich hoffe das macht einmal die runde ich hoffe der ein oder anderen hat genug eier um jetzt auch mal da sich gerade zu machen und vielleicht auch so ein bisschen zurück zu rudern gibt es ja genug leute die sehr voreilig waren und sofort mit drauf geschlagen haben als ob es kein morgen mehr gebe hoffentlich wird der ein oder andere von denen die eier haben jetzt hier drauf zu reagieren und auch zuzugeben dass sich mittlerweile die sachlage schon bedeutend anders darstellt als am anfang ich sage es noch mal wenn ihr die aussagen ekelhaft findet euer gutes recht wenn ihr aufgrund dessen keinen bock mehr auf szenen habt euer gutes recht aber alles was darüber hinaus geht geht zu weit hört auf damit ihr habt gesehen das gericht hat das verfahren eingestellt und das war das einzige was lief weil diese frau hat gar keine anzeige gegen ihn gemacht da gibt es also nichts außer dieses facetime gespräch was für eine konsequenz ihr daraus für euch persönlich zieht ist euch völlig frei aber alles was darüber hinausgeht dann seid ihr selbst keine guten menschen wenn ihr vorverurteilt wenn ihr jemanden zerstören wollt wenn ihr versucht die familie kaputt zu machen oder wenn ihr das alles nur unterstützt indem ihr leuten cloud gebt views gebt likes gebt die aus absolut niedersten beweggründen da irgendwelche telegram gruppen machen geschweige denn dokumente faken interviews faken und 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 dann unterstützt ihr unrecht und wenn ihr unrecht unterstützt dann habt ihr mich an der backe weil ich hasse unrecht und ich hasse auch dieses faschistoide bashing auf kann auf muslimen auf bisexuellen menschen und generell auf allen die keine grundlage dafür geliefert haben und für das was ihm und seiner familie widerfahren ist gab es keine grundlage die einzige grundlage die da ist ist dass ihr sagt ich habe keinen bock mehr auf den und wenn ihr da kein bock drauf hat ist ein mausklick ein mausklick und ihr seid weg so wie jetzt jetzt könnt ihr auch mausklick machen und dann seid ihr weg wie stehst du selbst dann zu ziehen an ich bin gut mit ziehen an ich habe kein problem mit ihm ich habe nicht denselben draht zu ziehen an wie ich zu russ habe einfach weil ich ziehen an bis jetzt in meinem leben keine ahnung drei mal gesehen habe aber ich bin ich bin sehr gut mit russ befreundet und auch bei ziehen an wo ich jetzt auch diese sache seit jahren verfolgt habe sehe ich der junge hat einen fehler gemacht der hat diesen fehler bitter bezahlt der hat die letzten zwei jahre die hölle durchgemacht und ich habe außer diesem einen facetime gespräch nichts anderes gesehen gar nichts nicht eine sache und so wie jesus in der bibel gesagt hat der von euch der ohne sünde ist der werfe den ersten stein mehr als sich dafür entschuldigen dass er diese sachen gesagt hat kann er nicht was soll er machen soll er sich umbringen oder was soll er soll er jetzt diese ganze öffentlichkeit nur diese öffentlichkeit die sinan hat die hat er doch nicht einfach so geschenkt bekommen die hat er sich selber erarbeitet die hat er sich verdient weil ein sympathischer typ ist weil ein entertainer ist wie viele von euch haben davor sind an streams geguckt und haben sich kaputt gelacht weil er so witzig war überlegt mal die kombi mit manuelsen wie witzig die waren auch die kombi mit gar sie wie witzig die waren man hat sich kaputt gelacht der ist einfach ein krasser entertainer der sinan der sinan ist ein all-rounder der ist ein richtig witziger typ der ist todes unterhaltsam hat das mit dem boxen gemacht auch voll geil der hat einfach eine geile show geboten so der hat sich diese reichweite verdient was sei was seid ihr für für möchte gern richter wenn ihr ihm das dann wegnehmen wollt deswegen mehr braucht man dazu nicht sagen jetzt jetzt kann man beobachten wie verhält sich der rest der welt unserer online welt wie verhalten sich die anderen darauf bin ich gespannt ich bin gespannt auf die ganzen leute da draußen bin gespannt was die anderen machen werden ich bin auch gespannt sage ich auch nach wie vor ich bin auch gespannt nachdem der cashmo letztens echt stabil den ali osmann in seine schranken gewiesen hat muss ich echt sagen da können wir immer da kann der brudy kann die da richtig respekt geben für die aktion das war super hast du das gemacht vielleicht kannst du dann jetzt noch ein bisschen tiefer graben und mal gucken beim ali osmann was er denn da für lügen beim sinan an die oberfläche hier graben hat wäre auch geil würde ich feiern fand es stabil ohne ohne spaß in diesem sinne soviel dazu das war ja 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 Vielen Dank.